Lieber Uwe Schummer, lieber Astrid Freudenstein, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Podiumsteilnehmer, die gleich noch ausführlich vorgestellt werden, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute Mittag zur Werkstattkonferenz der CDU-CSU-Fraktion begrüßen zu dürfen. Hier im Fraktionssitzungssaal der CDU-CSU-Fraktion, der in der Regel mit 310 Abgeordneten bestückt ist und Sie können sich vorstellen, bei diesen Temperaturen insbesondere geht es hier manchmal sehr heiß her. Ziel unserer Fraktion ist es, eine inklusive Gesellschaft im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention zu verwirklichen. Und welchen Beitrag die Werkstätten für behinderte Menschen dabei leisten können, werden wir heute mit vielen Experten beraten. Ein wichtiger Meilenstein zu dieser inklusiven Gesellschaft ist das neue Bundesteilhabegesetz. Dieses neue Gesetz bedeutet auch grundlegende Veränderungen für die rund 300.000 Beschäftigten in den Werkstätten und für die Träger. Das Teilhabegesetz soll sich positiv auf das Wohlergehen und das Selbstvertrauen der Beschäftigten auswirken. Eine inklusive Gesellschaft bedeutet die größtmögliche Teilhabe behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben. Mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bedeutet aber auch mehr Teilhabe an Arbeit. Denn Arbeit ist mehr als der reine Broterwerb. Das Gefühl, erwerbstätig und produktiv zu sein, gebraucht zu werden, ist wichtig für Menschen mit und ohne Behinderung. Und mehr Teilhabe an Arbeit bedeutet dann auch für uns Politiker die Verpflichtung, den Menschen mit Behinderung den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu erleichtern. Und dafür haben wir mit dem Bundesteilhabegesetz das Budget für Arbeit eingeführt. Also zielgerichtete und passgenaue Lösungen für nach Möglichkeit jeden Einzelnen zu finden. Das ist und sollte unser Anspruch sein, der sich auch aus unserem Menschenbild ableitet. Die Bedürfnisse und Fähigkeiten eines jeden Einzelnen sollten bei der Frage nach dem passenden Betätigungsfeld berücksichtigt werden. Für den einen ist die Arbeit in einer Integrationsfirma genau das Richtige. Wir wollen aber auch diejenigen unterstützen, die ihre berufliche Erfüllung eben auf dem ersten Arbeitsmarkt suchen. Mehr Menschen sollen also befähigt werden, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und dort bei körperlichem und seelischem Wohlergehen eine gute Perspektive für sich zu finden. Ja und dann gibt es natürlich Menschen, deren Fähigkeiten und Leistungen in einer Werkstatt am besten zur Geltung kommen. Der Beitrag der Werkstätten für Menschen mit Behinderung ist von großer gesellschaftlicher Bedeutung. In den Werkstätten wird den Menschen mit Behinderung ein gutes und erfülltes Arbeitsleben in einem geordneten und geschützten Umfeld ermöglicht. Hier finden sie eine gute Perspektive. Und daher danke ich allen von Herzen, die hierzu ihren wichtigen Beitrag leisten. Unser Ziel also, dass zukünftig mehr Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt eine erfüllende und eine ihren Bedürfnissen gerecht werdende Betätigung finden sollen, stellt nämlich auch gerade die Werkstätten vor neue Herausforderungen. Sie müssen sich weiterentwickeln und neue Perspektiven für ihre Beschäftigten finden. Wir wollen alle gemeinsam, gemeinsam mit Ihnen, aber auch mit der nötigen Sorgfalt und Behutsamkeit den Weg zu einer inklusiven Gesellschaft ebnen. Und dabei müssen der Einzelne und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt unserer Bemühungen stehen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen eine fruchtbare und intensive Diskussion mit guten Ergebnissen. Herzlichen Dank. Applaus Ich darf Sie auch, da müsste Uwe Schummer herzlich begrüßen hier im Fraktionsraum und ein toller Anblick zu schauen miteinander, wie wir Inklusion, Teilhabe in allen Facetten des Lebens noch miteinander weiter organisieren können. Wir haben in den letzten Jahren sehr intensiv diskutiert, das Bundesteilhabegesetz. Und da ging es darum, wie kann die Beratung verbessert werden. Wie kann man dafür sorgen, dass vor Ort, da wo wir zu Hause sind, dann auch eine Beratung stattfindet über die Rechte, über die Möglichkeiten, die Menschen dann auch außer Eingliederungshilfe als Unterstützungsstruktur erreicht werden können. Es gibt Rechte, aber viele kennen ihre Rechte nicht. Und deshalb war es wichtig, eine Beratungsstruktur, die ist auch flächendeckend, bundesweit in allen Regionen vor Ort zu finanzieren, zu entwickeln, damit man erstmal weiß, was kann ich einfordern und wo bekomme ich das, was notwendig ist als Unterstützung innerhalb der Eingliederungshilfe. Hier wird der Bund 60 Millionen Euro dann an die Länder, an die Kommunen weiter finanzieren, um eine solche ergänzende, zusätzliche Beratung dann auch zu schaffen. Das Zweite ist, was wir ja in der Philosophie verändert haben, gesetzestechnisch, dass wir sagen, der Einzelne ist wichtig, egal woher du kommst, egal in welcher Einrichtung du bist, sondern deine Notwendigkeiten, Hilfe, personenzentriert ist der Maßstab. Nicht die Einrichtung, sondern der einzelne Mensch. Und das ist etwas, was eben personenzentriert dazu führt, dass wir auch mehr auf den Einzelnen im Recht, im Gesetz dann auch zugehen werden, zugehen müssen. Und das ist auch richtig so, weil damit auch klar ist, welche Hilfen bekomme ich und sind diese Hilfen auch gewährt worden. Von daher ist diese, der Einzelne ist wichtig, personenzentriert, ein Thema, das das gesamte Bundesteilhabegesetz mit dann auch prägt. Das Dritte, was uns entscheidend war, Teilhabe, wie Sabine Weiß das sehr gut formuliert hat, Teilhabe erlebt sich auch aus der Arbeit. Dass wir mit unseren Talenten, Eigenschaften, Fähigkeiten auch in der Arbeit unsere Erfüllung finden, auch unsere Möglichkeiten, unsere Potenziale dann auch ausleben können, ist ein ganz wichtiger Ansatz. Und da brauchen wir die Werkstätten, die unter einem Dach auch verschiedene Möglichkeiten organisieren, auch Fördereinrichtungen, Fördermöglichkeiten organisieren, auch besser als es unternehmen können. Weil wo hat man denn beispielsweise Holz, Metall, Hauswirtschaft, soziale Dienste unter einem Dach so organisiert, dass man auch alle Berufsbereiche mal durchlaufen kann und dort auch mal wechseln kann in der Förderung. Aber dann ist es eben auch wichtig, so unterschiedlich wie wir Menschen sind, dass natürlich auch die Teilhabemöglichkeiten in der Arbeitswelt unterschiedlich sein müssen. Da ist Vielfalt, auch das, was von Menschen ausgeht, auch Vielfalt im Arbeitsprozess, in der Teilhabe zu entwickeln. Und dann sehen wir eben spannend auch die Möglichkeit aus Werkstätten, Integrationsfirmen zu gründen. Und es gibt tolle Integrationsfirmen, 850 bundesweit, hier in Berlin eine wunderbare Brauerei, die auch Altbier von Niederrhein hier in Berlin herstellt. Es gibt einen Weinberg in Rheinland-Pfalz, es gibt Hotels, es gibt Druckereien. Also alles, was es in der Wirtschaft, in den Unternehmen auf dem ersten Arbeitsmarkt gibt, gibt es auch bei den 850 Integrationsfirmen, die aus Werkstätten sich oftmals entwickelt haben. Und wir wollen eben schauen, die sind dann auf dem ersten Arbeitsmarkt. Aber der Vorteil ist eben auch, weil es Sozialbetriebe sind, dass beispielsweise auch die Frage nach 20 Jahren Erwerbs- und Fähigkeitsrente zu bekommen, was in der Werkstatt ja dann auch möglich ist, das kann man in die Integrationsfirmen mitnehmen. Das gibt man dann nicht auf. Auch das ist ein wichtiges Argument, wenn man sagt, okay, ich will mal den Sprung jetzt in ein solches Unternehmen auf dem ersten Arbeitsmarkt wagen, mich erproben und dann entscheiden, zurück in die Werkstatt oder ich bleibe bei den Integrationsunternehmen, was auch immer, dass man keine Verluste hat in der sozialen Absicherung. Und dass man auch immer wieder diese Durchlässigkeit, dieses Miteinander dann auch von Werkstätten und Integrations- oder Inklusionsunternehmen entwickelt. Dann habe ich also im Saarland festgestellt, also virtuelle Werkstätten, die sofort dann auch mit Unternehmen zusammenarbeiten, dort das Coaching, die Begleitung und die Vorbereitung in die Betriebe verlagert haben. Also virtuelle Werkstätten, keine physische, die gebaut ist, sondern man hat im Grunde die Werkstattleistungen, die Begleitung, die Unterstützung in die Betriebe hinein verlagert. Auch das finde ich ein spannendes Modell, das wir dann auch gerne weitergeben wollen. Bis hin zum Budget für Arbeit, das wir jetzt mit dem Bundesteilhabegesetz entwickelt haben, ausgelagerte Arbeitsplätze, die es schon seit vielen Jahren gibt, aber auch ein Budget für Arbeit, das Unternehmen bekommen, die sie dann einstellen, die Menschen mit wesentlicher Behinderung dann auch entsprechend in ihren Betrieben finanzieren. Und wichtig ist, dass neben dem Lohnkostenzuschuss als Anreiz, als Anreiz eben auch die Assistenz, die Begleitung und das heißt, die Krisenintervention, wenn es notwendig ist, die Vorbereitung, soll in dem Budget für Arbeit jetzt bundesweit mit abgedeckt, mit finanziert werden. Und so wollen wir im Grunde mit dem Bundesteilhabegesetz jetzt einen Prozess starten. Und das ist die wichtige Botschaft, dass wir nicht sagen, wir haben jetzt ein Gesetz und in den nächsten 15 Jahren ist Ruhe, da passiert nichts mehr. Sondern wir haben heute diese Werkstattkonferenz, weil wir ja auch gerade die Werkstätten, nichts für uns ohne uns, die Werkstatträte, dann auch mit beteiligen wollen, wie kann der Prozess der Teilhabe beispielsweise im Arbeitsbereich, wie kann der forciert werden. Wir hatten im Dezember letzten Jahres auch eine Konferenz im gleichen Raum mit Vertretern von Werkstätten aus acht europäischen Ländern, aus Österreich, aus Portugal, aus Spanien, aus Frankreich, aus Belgien, aus Niederlande und haben unterschiedliche Modelle dann auch der Werkstätten in unterschiedlichen europäischen Ländern überprüft. Was ist identisch, was ist gleich, aber was unterscheidet sie auch? Und das können wir grenzüberschreitend voneinander lernen, weil die UN-Behindertenrechtskonvention, die unsere Grundlage ist, Teilhabe in allen Facetten des Lebens zu erreichen, ja nicht nur für ein Land gilt, sondern sie gilt bundesweit und dann gilt sie auch in Europa. Und deshalb wollen wir mit Ihnen heute überlegen, wie kann jetzt der weitere Prozess Bundesteilhabegesetz, auch die Zukunft der Werkstätten einer differenzierten Teilhabe in der Arbeitswelt, wie kann das in der nächsten Legislaturperiode dann in den nächsten vier Jahren organisiert werden, geschaffen werden. Und da sind wir gespannt von Ihnen zu hören. Und deshalb werde ich heute nicht mehr viel sagen, sondern wir haben große Ohren und werden gut zu hören, dass Sie uns heute auf den Weg geben zur weiteren Gestaltung in den nächsten vier Jahren hier im Deutschen Bundestag in Berlin. Schön, dass Sie da sind. Uwe Schummer, herzlichen Dank und auch vielen Dank an Sabine Weiß. Das neue Budget für Arbeit erfolgreich starten. So ist das erste Forum überschrieben und ich darf für dieses Forum nach vorne bitten. Jörg Reis bitte, Geschäftsführer der Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen in Mainz. Dann ist Christian Judith zu uns gekommen, Geschäftsführer der Firma K-Produktion in Hamburg und Michael Schmaus, Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft der saarländischen Werkstätten für behinderte Menschen. Jede Menge Geschäftsführer hier. Kommen Sie doch bitte mit in die Runde. Nehmen Sie Platz. Wir haben keine besondere Reihenfolge, aber wir haben genauso viele Stühle wie Teilnehmer. Das ist keine Reise nach Jerusalem. Also von daher haben wir schon ein bisschen Glück gehabt. Herr Greis, Sie haben Sozialpädagogik studiert und Sozialarbeit und seitdem eine beeindruckende Berufsbiografie hingelegt. Sie haben betreut jugendliche Strafgefangene in Köln, Obdachlose in der Eifel und Senioren in Mainz. Und in Mainz ist auch angesiedelt eben die Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen. Sie haben schon mal einen eigenen Blick auf das Budget für Arbeit geworfen und davon wollen Sie uns jetzt schon berichten. Am Rednerpult ist ein Mikrofon, aber Sie können auch gerne das mitnehmen, wie Sie möchten. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hätte eine PowerPoint-Präsentation, wenn die eingespielt werden könnte. Jawohl, vielen Dank. Die Fragestellung ist ja Budget für Arbeit. Wie kann es gelingen, dass dieses Budget für Arbeit das eigentliche Ziel tatsächlich schafft, nämlich Menschen, die voll erwerbsgemindert sind, besser oder häufiger in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Und da komme ich in diesem Fall aus einem gesegneten Bundesland, denn das Budget für Arbeit gibt es ja in Rheinland-Pfalz schon seit 2006. Und ich habe gerade letzte Woche nochmal mit dem Ministerium telefoniert. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz 380 Budgetnehmer. Ich habe eine ganz wichtige These, für die ich heute hier stehen möchte, nämlich die sagt, dass das Budget für Arbeit tatsächlich nur dann gelingt und erfolgreich ist, wenn es uns Werkstätten, und da nehme ich hier meine eigene Gesellschaft mit ein, wenn es uns gelingt, dass wir eine Struktur so schaffen, dass die Übergänge selbstverständlich werden. Und ich glaube, das ist heute vielerorts noch nicht der Fall. Ich denke, dass viele von Ihnen die Kritik an den Werkstätten kennen, nämlich die ja besagt, es sind Einrichtungen, eine Sonderwelt, es sind Werkstätten, die zunächst mal exkludieren und nicht inkludieren oder integrieren. Der Vorwurf ist, dass diese Werkstätten große Einrichtungen sind, Einrichtungen auf der grünen Wiese, die so außerhalb vielleicht der Städte liegen, im Industriegebieten, aber die definitiv getrennt sind vom allgemeinen Arbeitsmarkt. Also das heißt, Werkstätten sind strukturell erstmal so angelegt, dass sie nicht in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert sind. Unsere Idee, was wir tun, ist, dass wir sagen, diese zentrale Werkstatt, die muss sich deutlich verkleinern, das haben wir ausprobiert und haben versucht, alle Abteilungen, die wir haben, in den Sozialraum zu integrieren. Das heißt, Werkstattabteilungen, beschützte Arbeitsplätze in Gruppen, aber inkludiert in den Sozialraum. Das heißt, die GPE betreibt zum Beispiel eine Wäscherei in einem Seniorenheim. Die Menschen, die dort arbeiten, gehen in das Seniorenheim arbeiten, wie alle anderen auch. Wir betreiben die städtischen Kantinen, das heißt, die Beeinträchtigten, die dort ihrer Arbeit nachgehen, die gehen ins Rathaus, ins Stadthaus. Wir haben einen Café in der Mainzer Neustadt. Das heißt, alleine schon unsere Außenarbeitsgruppen sind so in den Sozialraum integriert, dass eine gute Durchmischung stattfindet. Ja, ferner haben wir unter selber Trägerschaft sieben Inklusionsbetriebe. Inklusionsbetriebe sind ja Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes. Und auch da gibt es eine tolle Vermischung, dass wir nämlich sagen können, dass Menschen, die in der Werkstatt sind, einfach mal ein Praktikum machen können im Inklusionsbetrieb oder sich auch dauerhaft ausprobieren können oder gar sogar dauerhaft da eine Arbeit finden können, die sozialversicherungspflichtig ist. Ja, schon angesprochen wurden natürlich die Vielzahl von Außenarbeitsplätzen, die viele Werkstätten tatsächlich haben. Und was ich Ihnen gerne zeigen möchte, ist das System, die Struktur, so wie ich glaube, dass sie sinnvoll ist und wo Budget für Arbeit auch tatsächlich sinnvoll oder nützlich ist, eine gute Hilfestellung, dass wir eine Struktur haben, die durchlässig ist. Die Werkstatt durchlässig in alle Bereiche, in den Inklusionsbetrieb, in die Außenstellen, auf Außenarbeitsplätzen und auf Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes. Ich glaube, das ist ein Beitrag, den die Werkstätten leisten können. Es wird nochmal ganz deutlich am Beispiel Bildung. Das sind nur zwei Fragen. Wo sind denn Orte der beruflichen Bildung? Sind sie exklusiv in der Werkstatt? Oder gibt es nicht die Möglichkeit, dass Menschen in der beruflichen Bildung auch die Berufsschule besuchen? Die Kollegen in Stuttgart machen das zum Beispiel so. Oder warum kann berufliche Bildung nicht auch in Volkshochschulen stattfinden? Oder warum öffnen wir Werkstätten nicht unsere arbeitsbegleitenden Angebote für die Allgemeinheit? Meine These, das neue Budget für Arbeit ist dann nachhaltig erfolgreich, wenn es den Werkstätten gelingt, Strukturen so zu schaffen, dass Übergänge verständlich werden. Ja, vielen Dank erstmal. Vielen Dank, Herr Greis. Christian Judit ist wie Jörg Greis Sozialpädagoge, Sozialarbeiter. Seine Firma K-Produktion berät und schult Unternehmen und Organisationen in Sachen Barrierefreiheit. Er ist aber auch Tänzer mit Auftritten im In- und Ausland und bietet zusammen mit seiner Partnerin Silke Hüttl inklusive Tanzworkshops an. Wenn man ein bisschen mit dem Begriff spielen möchte, Budget für Arbeit, dann könnte man den Eindruck bekommen, dass Sie sich Ihr eigenes Budget für Arbeit gestaltet haben. Ja, schon sicherlich ohne Förderung und ohne Unterstützung sozusagen. Ich bin ein ganz schwer mehrfach normaler Unternehmer und habe eine eigene Firma gegründet, habe auch eine Unterstützung im Sinne von einer Arbeitsassistenz, die mir zur Seite steht, aber ansonsten nicht das Hamburger Budget für Arbeit oder das Budget für Arbeit. Ich meinte es auch eher im übertragenen Sinne. Ja, das habe ich schon vermutet. Nein, aber ich finde das, was Sie gerade beschrieben haben, spannend und wichtig und richtig. Was mir so ein bisschen auffällt dabei oder einfällt wäre, ich finde es toll, wenn nicht immer alles aus einer Hand kommt. Wenn sozusagen nicht der Werkstattanbieter, der macht jetzt auch die Integrations- oder heute hast du ja modern Inklusionsbetriebe und wir machen die Außenarbeitsplätze und wir machen unser eigenes Fortbildungsprogramm und wir machen dies und wir machen jenes und welches, das ist irgendwie alles so das Gleiche. Ich finde es toll und aufregend, wenn genau das, was Sie eben gezeigt haben, die Leute in Firmen gehen, rausgehen aus der Werkstatt, was ganz anderes ausprobieren, eben jenseits einer Institution, wie auch immer sie heißt. Wir erleben, dass Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt kommen, indem sie jetzt auf einmal an der Pforte der Werkstatt sitzen und dann sozusagen eingestellt sind über das Budget für Arbeit im eigenen Betrieb. Das kann man natürlich so machen, hat aber nicht so wirklich was zu tun mit Inklusion. Und da verführt es mich zu sagen, ich wünsche mir natürlich eine viel größere Öffnung, eine viel größere Breite und eine radikal ausgedrückte Zerschlagung dieser Konzerne. Ich komme aus Hamburg, da gibt es eine Elbe-Werkstätten, die haben 2600 Beschäftigte im Arbeitsbereich, über 3000 im Berufsbildungsbereich und Arbeitsbereich zusammen. Ein riesiger Konzern. Das Gleiche haben wir bei der Alsterarbeit, auch ein riesiges Konzern, ein riesiger Öltanker, der aufgeteilt ist durch viele kleine einzelne Bereiche, die sich gegenseitig immer wieder befruchten und gegenseitig immer wieder auch beschützen. Und ich finde es viel spannender und aufregender, wenn das sich wirklich öffnet. Wenn wir das hinkriegen, dass es eben, was weiß ich, die CDU, jede CDU-Landeszentrale stellt fünf Menschen mit Behinderung ein, aus der Werkstatt über das Budget zum Beispiel. Das wäre doch meine Maßnahme. Wenn Sie da Beratung brauchen, ich weiß nicht, ist jemand da von der CDU? Zwei, drei, glaube ich schon. Wenn Sie da Beratung brauchen, K-Produktion Hamburg hilft Ihnen. Also kein Problem. Gut, aber Sie haben bestimmt eine ganz andere Frage an mich, richtig? Nö. Also ich habe die Frage gestellt, die ich fragen wollte. Aber Stichwort Öffnung ist ein gutes, was ich mitnehmen möchte in die Vorstellung von Michael Schmaus, Soziologe und Politikwissenschaftler. Aber er hat auch was Vernünftiges gelernt, nämlich Kaufmann im Groß- und Außenhandel. Sie schauen auch über den deutschen Tellerrand, nämlich in der Koordination des Straßburger Kreises. Das ist das Europäische Sozialforum. Gibt es da schon eine Diskussion über das Budget für Arbeit, eine Reaktion der europäischen Kolleginnen und Kollegen? Nein, also im europäischen Kontext haben wir das in der Form noch nicht diskutiert, weil auch ein ähnliches Konzept, es ist immer schwierig, diese Modelle der Werkstätten und die Modelle der Integration und der Inklusion europäisch zu vergleichen. Also das haben wir nicht diskutiert, weil es ist auch noch sehr neu. Wie fällt denn so Ihr Blick auf das Budget für Arbeit aus? Ja, mache ich einen ganz kurzen Vortrag mit ein paar Stichworten dazu. Mehr Chancen durch das neue Budget für Arbeit, das habe ich mit einem Fragezeichen und einem Ausrufezeichen versehen, hier auf meinem Manuskript. Ich möchte das auch klar betonen, dieses Fragezeichen, mehr Erfolg oder nicht mehr Erfolg und trotzdem ein Ausrufezeichen setzen, weil ich der Meinung bin, ja, es bringt mehr Erfolg. Ist das alles neu, Budget für Arbeit? Nein, das ist nicht gänzlich neu und nicht überall in der Republik. Es gab oder es gibt Beispiele quer durchs Land, wo Menschen, die in einer Werkstatt arbeiten, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert wurden mit diversen Sonderprogrammen der Länder, der BA und solchen Geschichten und der örtlichen Kostenträger. Ja, und es ist neu, es ist sehr neu, da es erstmals für ganz Deutschland eine Regelung, eine finanzielle Regelung gibt, um Menschen, die normalerweise in einer Werkstatt arbeiten dürfen, eine Finanzierung ihres Lohnes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Das ist neu und das ist sehr gut und dafür muss man wirklich den Gesetzgeber an der Stelle loben, weil es einer weiteren Anzahl von Menschen eben einen Weg bietet, ihre individuellen Ziele zu verfolgen. Was braucht das neue Budget, um erfolgreich zu starten? So ist der Titel dieses Forums und ich möchte, dass ein bisschen die Erwartungen an das Budget für Arbeit ein bisschen relativieren und vielleicht ein bisschen versuchen einzuordnen. Wir sollten die Erwartungen an das Budget für Arbeit nicht an Zahlen festmachen. Wenn wir sagen, ja, wir wollen 10.000 Menschen, die durch das Budget für Arbeit, ich mache ein Beispiel, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln, dann ist es ein Misserfolg, wenn es nur 8.000 werden. Wenn wir das Budget für Arbeit als individuelle Maßnahme begreifen, die Menschen eine Möglichkeit eröffnet, auf ihre persönlichen Ziele zu erreichen, individuell ihren Arbeitsplatz zu finden, dann wird es ein Erfolg sein, auch wenn es nur wenige sein werden. Ich erwarte nicht durch das Budget für Arbeit, das muss ich klar sagen, dass sich die Werkstätten leeren. Das erwarte ich nicht. Ich erwarte, dass es mehr Vermittlungen geben wird als bisher, da Menschen künftig eine dauerhafte Förderung ihrer Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erreichen können. Was bisher durch die zahlreichen Programme, die es in der ganzen Republik gab, nicht möglich war. Und das sehe ich als wichtigen Fortschritt. Wie starten wir erfolgreich? Ja, wir starten dann erfolgreich, wenn wir als Werkstätten begreifen, dass jede Vermittlung auf den Arbeitsmarkt mit dem Budget ein Erfolg auch für die Werkstatt ist. Es ist ein Erfolg für den Menschen und es ist ein Erfolg für die Werkstatt. Ich denke, in vielen Werkstätten wird das bereits so gesehen, aber längst nicht in allen. Es gilt auch, ein Stück weit Beton in den Köpfen zu beseitigen mit dem neuen BTHG. Und ich denke, das wird sich auch ein Stück weit durchsetzen lassen. Durch das Budget für Arbeit, wenn ein Mensch aus einer Werkstatt wechselt und dauerhaft auf dem Arbeitsmarkt bleibt, durch das Budget, dann ist es auch ein Erfolg der Werkstatt. Und das sehe ich als wichtigen Punkt. An der Stelle möchte ich dann auch jetzt enden, weil es sonst zu lang wird. Ich habe hier noch ein bisschen mehr aufgeschrieben. Sie werden wahrscheinlich noch Gelegenheit haben, den ein oder anderen Punkt zu setzen an dieser Stelle. Ich möchte das Wort jetzt erst noch mal weitergeben an Martin Berg, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen. erst mal auch Ihnen herzlich willkommen. Bei dem, was hier jetzt in der Runde schon gesagt worden ist, was ist Ihr Eindruck? Er ist bestimmt gleich an. Sonst nehmen Sie meinen. Ja, ich glaube, es geht ja um die Frage, welche Chancen hat das Budget für Arbeit. Im Moment sind wir noch so ein bisschen am Kreisen, um welche Themen geht. Der Kollege aus Hamburg hat gesagt, an dem Beispiel der Hamburger Werkstatt, ist die größte Werkstatt in Deutschland. Das ist klar. Es gibt nicht eine zweite, die so groß ist. Und die Struktur in Deutschland ist durchaus anders, als Sie das jetzt in Hamburg erleben. Und da glaube ich schon, wenn wir es schaffen, dass wir in der Diskussion das Budget für Arbeit in dem Sinne, was in der Anmoderation von Herrn Schummer und von Frau Weiß gesagt worden ist, die Vielfalt der Werkstätten, die Potenzial der Werkstätten zu nutzen, um dieses Instrument in die Realität zu bringen. Das Instrument ist ja im Moment ein theoretisches Instrument. Wir haben es in Rheinland-Pfalz, wir haben Hamburg, wir haben hier noch nicht eine große Flächendeckung. Und wir müssen es ja schaffen, Ideen zu finden, wie Arbeitgeber das als eine Chance verstehen und das, was der Kollege gesagt hat, dass Werkstätten in der Struktur sich darauf vorbereiten, mit den Arbeitgebern in Augenhöhe zu reden, um so etwas zu ermöglichen. Dazu braucht es noch mal eine Idee, wie wir diese Vielfalt, die viele wollen und viele ermöglichen wollen, auch diese Individualisierung ermöglichen, wie wir das praktisch an zwei, drei, vier Beispielen vielleicht ermöglichen. Vielen Dank, Herr Berg. Und wo ich hier gerade stehe, wer hat denn die erste Frage in diesem ersten Forum heute Mittag zum Budget für Arbeit? Stehen Sie doch kurz auf, stellen Sie sich vor, bitte. Ich halte es für Sie. Mein Name ist Brigitte Heuss aus Hannover. Ich habe eine Frage. Wenn ein Behinderter wirklich in einer normalen Firma arbeitet, hat er da die Chance, wenn er sehr klug ist und sehr fleißig ist, eine Weiterbildung zu machen? Wer möchte die Frage beantworten? Bitte? Doch. Naja, ich habe ja nicht, in meiner Firma habe ich jemanden eingestellt, halt über das Budget für Arbeit. Das ist der Grund, warum ich hier sitze, nicht nur, weil ich versuche, bei der CDU Auftraggeber zu finden. Nein. Ich habe halt jemanden eingestellt, über das Budget für Arbeit, das Hamburger Budget für Arbeit und natürlich ist es so, dass derjenige sich jetzt seit zweieinhalb Jahren bei uns arbeitet und sich weiterentwickelt und natürlich jede Möglichkeiten hat, jede Menge Möglichkeiten hat, etwas Neues auszuprobieren. Wir sind am Überlegen, zum Beispiel möchte er gerne Kurse anbieten für Menschen mit Lernschwierigkeiten am Computer. Wie kann man mit dem Computer umgehen? Und dass es solche Seminare gibt, das ist zum Beispiel eine Idee, die wir jetzt anfangen. Angefangen hat er damit bei uns, nur Protokolle abzuschreiben. So, aber nach zweieinhalb Jahren sagt er, nö, ich möchte doch gerne was anderes machen und das ist zum Beispiel eine Idee, die er mal geäußert hat. Ob das nun klappt oder nicht klappt, das schauen wir mal. Und welche Voraussetzungen er braucht, klar geben wir ihm die Möglichkeiten, alle, die er braucht, um das umzusetzen. Und da wird uns auch sicherlich das Integrationsamt, wenn es darüber hinausgehen würde, dass man noch weitere Hilfen braucht, sicherlich mit unterstützen. Aber er arbeitet bei uns ganz normal, in Anführungszeichen, wie wir alle ganz normal, unnormal in unserer Firma arbeiten. Gibt es Ergänzungen aus der Runde? Ja, sehr gerne. Ist an. Ist an, okay. Sehr gerne. Ich glaube, das ist wie die Vielfalt im Arbeitsleben tatsächlich auch ist. Wir haben Menschen auf Budgetarbeitsplätzen integriert, die kriegen wunderbare, tolle Fortbildung vom Arbeitgeber, sogar sehr teure im Bereich IT bezahlt und es gibt Arbeitgeber, die keinen Wert darauf legen. Aber das hängt ja nicht an der vermittelnden Einrichtung, nicht in den Integrationsfachdiensten, sondern tatsächlich an dem Arbeitgeber. Und da ist die Welt ganz bunt und jeder Arbeitgeber, glaube ich, hat so eine eigene Politik der Fortbildung, wie er sie betreibt. Aber ich glaube, dass der beeinträchtigte Mensch da kein Sonderfall ist, sondern dass die Arbeitnehmer da gleich behandelt werden. Das hängt von Arbeitgeber zu Arbeitgeber, glaube ich. Das ist unterschiedlich. Eine nächste Frage, bitte. Stellen Sie auf, stellen Sie sich kurz vor, das wäre freundlich. Ich halte es für Sie fest. Engelbert Drehrup von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Die Arbeit von, eigentlich von allen Arbeitnehmern, also die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung ist für alle Versicherungsnehmer oder Beschäftigten da. Aber für jeden Beschäftigten ist ein neuer Arbeitsplatz, eine neue Tätigkeit aus der Sicht der Unfallversicherung ein Risiko, weil wir haben bis zu zehnfach höhere Unfallrisiken. Es muss also eine gute Einarbeitung in die neue Tätigkeit gehören und ganz besonders für Menschen mit Behinderung. Ich bin selber Vater von einer Tochter mit Trisomie 21. Ich weiß, wie lange es braucht, um sie nur zu erklären, wie man die Schuhe zubindet. Und von daher einfach mal zu sagen, ja, wir machen jetzt, wir haben endlich mal ein Modell, was funktioniert, nämlich Werkstätten für Behinderte, aus unserer Sicht, aus der Sicht der Unfallversicherung. Und jetzt, auch jetzt probieren wir mal was anderes aus. Das kann gut gehen, wenn wirklich auch dafür gesorgt wird, dass die Menschen, die neue Tätigkeiten machen, dafür auch, ja, dafür völlig qualifiziert sind. Und darum geht es. Vielen Dank dafür. Wie sieht es aus mit dem Punkt der Einarbeitung? Ja, jetzt ist eine spannende Frage aufgetreten, was den Werkstätten im Grunde oft vorgeworfen wird, dass sie den Übergang auf den Arbeitsmarkt verhindern. Also ich habe ja wirklich mal was Anständiges gemacht. Bevor ich Geschäftsführer der LAG war, habe ich tatsächlich Werkstatt beschäftigt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt. Und das Thema, dass Eltern, oftmals Eltern, das sehr, sehr kritisch begleitet haben, kenne ich sehr gut noch aus dieser Zeit heraus. Also ich habe sehr, ich habe agiert am Interesse des Menschen. Und wenn, des Menschen mit Behinderung, nicht unbedingt am Interesse der Eltern. Muss ich klar so sagen an der Stelle, sondern ich habe als Praktika so gehandelt, dass ich mit den Menschen gesprochen habe, was willst du, was kannst du machen, mit dem Betrieb gesprochen habe. Und wenn das gepasst hat, dann haben wir das einfach versucht, mit der Integration auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Und ich muss sagen, wenn die Leute das wirklich wollten, die ehemaligen Werkstatt beschäftigen, dann hat es letztlich auch funktioniert. Auch bei kritischen Blicken der Eltern. Die Sichtweise der Unfallversicherung, so weit bin ich nie gegangen in meiner praktischen Tätigkeit, dass ich mir jetzt auch noch diese Dinge mitgenommen habe, weil ich denke, man muss jetzt natürlich nicht sehr gefährliche Arbeit, so was natürlich nicht gemeint, aber ich denke, man muss auch, wenn jemand den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt will, dann gehört bei einem behinderten Menschen genauso ein gewisses Risiko dazu, wie bei einem nichtbehinderten Menschen. Herr Jüttig? Ja, das ist mutet mir ein bisschen merkwürdig an. Also Ihre Formulierung oder Ihr Ansatz. Was passiert denn mit demjenigen, der Liebeskummer hat und Schreiner ist und an der Kreissäge am nächsten Tag steht? Was passiert denn mit dem Drogenabhängigen, der auf einmal drogenabhängig geworden ist? Wollen wir jetzt für alle diese Menschen sagen, nee, so richtig auf dem ersten Arbeitsmarkt und ungeschützt, du musst eine bessere Vorbereitung haben und eine bessere Sache? Ich finde, Sie haben es am Anfang gesagt, ich bin Tänzer. Wenn wir ein Tanzprojekt machen, dann lassen wir erst mal alles zu und wir probieren es aus und die Verantwortung übergeben wir ganz viel den Menschen mit Behinderung. Wir werden nicht die Tür abschließen und sagen, ihr müsst alle drin bleiben. All das machen wir nicht, sondern wir lassen natürlich alle Menschen das machen, was sie machen können und wir ermutigen sie, ihre Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja gerade das Problem in Einrichtungen, dass die Menschen sozusagen entmündigt worden sind durch Einrichtungen, da ist es ziemlich egal, komme ich zu meiner Arbeit oder nicht, da jault keiner. Wenn wir am Werkstattrat, ich begleite auch Werkstatträte in Hamburg, bei den Gruppensprechersitzungen nachfragen, was habt ihr gelernt oder was habt ihr verarbeiten, dann heißt es manchmal, wir haben keine Arbeit, wir puzzeln, wir spielen Spiele. Da wird nicht aber zum Beispiel Empowerment ausprobiert oder da wird nicht zum Beispiel geschult, dass Leute selber stark und bewusst werden. Da wird nicht gesagt, heute haben wir nichts zu tun, heute machen wir mal Straßenbahn und U-Bahn, nee, Straßenbahn gibt es ja gar nicht in Hamburg, aber U-Bahn-Training in Hamburg oder so etwas in der Art. Ich glaube, dass da viel mehr möglich ist und ich glaube, haben sie keine Angst davor. Also haben sie keine Angst davor, die Menschen mit Behinderung so zu behandeln, wie alle anderen ganz normal auch und ihnen die Chance zu geben, sich auszuprobieren und scheitern gehört mit dazu. Und ich finde es sehr fatal, diesen Sicherheitsanspruch, das ist genau das Argument, das Totschlagargument bis dato gewesen, Menschen nicht nach draußen zu lassen. Also eine kurze Intervention. Ja, wir wissen, dass die Zahl der Unfälle durch Gewalt und Aggression in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung einfach aus dem Grunde groß sind, weil die Kommunikation schwierig ist. Weil es gibt Menschen mit Behinderung, die können nicht sprechen oder die können sich nicht so gut ausdrücken und sie möchten aber sich äußern. Und wenn man sich über Sprache nicht äußern kann, kann es zu Gefährdungen kommen. Wir wissen, dass diese Unfälle sehr häufig sind, gerade in Werkstätten für Behinderte. Das ist, ja, und von daher kann ich nur einfordern, dass wenn eben in andere Einrichtungen gefördert wird, dies auch so passiert, dass die Menschen gut begleitet werden. Ein Stück mehr Sorgfalt, Herr Greis. Und dann würde ich gerne noch die nächste Frage anknüpfen. Also ich bin ganz bei Ihnen. Also ich finde, die Anmerkung ist vollkommen korrekt. Ich glaube, dass die Integrationsarbeit ist wirklich eine ganz sorgfältige Arbeit. Und die Menschen werden auf die Arbeitsplätze wirklich gut eingestimmt und eingewöhnt. Bei uns sogar tatsächlich so, dass die Fachkraft für Arbeitssicherheit geht an den neuen Außenarbeitsplatz oder an den Arbeitsplatz, schaut sich ihn an, macht die Gefährdungsanalyse und, und, und. Das heißt, hier wird keiner einfach mal so ganz schnell integriert auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, weil es gerade Lust und Laune ist, sondern es ist wohl überlegt, gut geplant, die Menschen sind gut vorbereitet. Oder aber als Alternative, die es auch gibt, sie werden dann mit dem Sozialpädagogen vor Ort eingearbeitet. Das heißt, es ist ja ein Modell der unterstützten Beschäftigung, dass der Jobcoach mit demjenigen an den Arbeitsplatz geht und dort vor Ort eine Einarbeitung vornimmt. Also das Thema Arbeitssicherheit kann ich voll unterschreiben. Es ist ein ganz, ganz Wichtiges. Das darf man nicht vernachlässigen. Aber es ist auch relativ einfach, es zu betrachten. Auch Menschen in der Werkstatt selbst sind Gefahren ausgesetzt in den Großküchen, in den Schreiner- und Metallwerkstätten. Also eigentlich nichts Besonderes und ich glaube, die Werkstätten ein bisschen darauf zu reagieren. Wollen Sie sich kurz vorstellen? Ja. Ich halte es fest für Sie. Dankeschön. Also ich bin Professor Antac, Naturwissenschaftler und dabei islamischer Pädagoge. Und ich kenne einige türkische Jugendliche, die hier geboren sind, sind weder türkisch noch deutsch, können sie, weil sie behindert sind, auch körperlich behindert sind. Ich wollte mal fragen, ob Sie für solche ausländischen Kinder, türkische Kinder oder andere, die nicht deutschmächtig sind und nicht deutsch können, auch für Sie extra Kurse gibt, damit Sie auch diese Ausbildung ausnüssen können. Extra Chancen für Menschen mit Migrationshintergrund und einem Handicap. Herr Schmaus? Ja, gut. Einer muss ja jetzt die Frage beantworten. Das ist natürlich eine relativ schwierige Frage. Ich sitze ja auch hier als Werkstattvertreter. Ich denke, dass innerhalb der Werkstätten natürlich auch sehr, sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten. Das ist dann immer auch eine individuelle Frage, wie gut dieser Mensch die entsprechen oder deutsch eben spricht und wie die Situation in den Arbeitsgruppen ist. Also es ist so, dass wenn mehrere Migranten in den Arbeitsgruppen aktiv sind, oftmals auch die Gruppenverantwortlichen ein Stück weit diese Sprache sprechen. Aber jetzt, dass es bei der Integration in den Arbeitsmarkt, und darum geht es ja beim neuen Budget für Arbeit, dass man dann durchaus auch auf diese Fragen sehr stark Rücksicht nehmen kann und einen Mensch natürlich, der beispielsweise einen türkischen Migrationshintergrund hat, eben auch vielleicht in einem türkischen Unternehmen platzieren kann und damit auch die Sprachbarriere ein Stück weit relativiert. Die nächste Frage, bitte von Ihnen. Ich halte es fest für Sie. Ja, Matthäus Miem aus Hessen, kleiner Werkstatt mit 160 Plätzen. Ich habe mal eine Frage, wir haben ja jetzt schon den Sommer, bald geht es am 01.01. los, an Herrn Schummer und Frau Weiß. Was sind denn jetzt die Überlegungen, was die Assistenz und diese Begleitung betrifft? Ich glaube, dass das für Arbeitgeber eminent wichtig ist, dass die wissen, es geht jetzt nicht nur um Lohnförderung, sondern es geht auch um diese Assistenz, wird ja von Ihnen auch immer hervorgehoben, wie wichtig das ist und dass die Politik das auch sieht. Wir haben es bei uns mit den Integrationsbetrieben und auch bei den Außenarbeitsplätzen, aber auch bei der unterstützten Beschäftigung immer wieder erlebt, dass die Firmen nachfragen, kommt ja dann auch regelmäßig und unterstützt sie uns, wenn es hier mal schiefläuft. Gibt es denn da schon konkrete Überlegungen, wie denn diese Assistenz gefördert wird? Oder ist das Ländersache oder wird das hier entschieden? Würde mich interessieren, damit wir bei unserem Suchen nach Arbeitsplätzen auch gleich was anzubieten haben. Wir verleihen mal eben ein Mikrofon. Dankeschön. Nur weil Sie auch die Frage so an die Politik an mich gerichtet haben. Also wichtig ist, dass eben nicht nur der Anreiz, das heißt, der Eingliederungszuschuss finanziert wird, der Einkommenszuschuss bis 75 Prozent über das Budget für Arbeit, sondern eben auch die Assistenzkosten. Das heißt, auch die Vorbereitung im Unternehmen als auch bei dem betroffenen Menschen, der den Sprung dann auch jetzt vornimmt. Beispielsweise aus der Werkstatt in ein Handwerksunternehmen. Und das heißt, nicht nur der Arbeitgeber, auch die dort mitbeschäftigten müssen ja vorbereitet sein. Und deshalb ist es wichtig, dass eben die Assistenz, die Vorbereitung und das Coaching mitfinanziert wird. Das wird im Budget für Arbeit mit integriert. Wie das finanziell aussieht, wir haben den Herrn Schmachtenberg da, der natürlich wunderbar formuliert hat, den Gesetzentwurf. Das kann vielleicht der Kollege Schmachtenberg, der geschätzte Kollege, noch ergänzen. Guten Tag, auch meinerseits hier in der Runde. Na gut, den Ball abgegeben. Das Gesetz formuliert den Rechtsanspruch auf ein Budget für Arbeit. Das heißt, wenn man künftig seinen Teilhabeplan macht, kann man sagen, ich möchte dieses Budget für Arbeit ausprobieren. Und das finanziert in der Regel der Träger der Eingliederungshilfe. Der Träger der Eingliederungshilfe das entscheiden zur Zeit die Länder, wer das sein wird. Also in Nordrhein-Westfalen sind das bislang die Landschaftsverbände, in Baden-Württemberg die Kreise, im Saarland ist es das Landesamt. Das wird jetzt zur Zeit von den Ländern entschieden und die machen dann die Ausführungsbestimmungen und die werden dann konkret, Herr Niem, Ihre Frage in Hessen, wahrscheinlich der Kommunalverband, aber ich glaube auch in Hessen wird das noch ein bisschen diskutiert zur Zeit, das wissen Sie besser als ich jetzt, zwischen Kommunen und Kommunalverband. Und dann werden die das ausloten, wobei klar ist, an den Kosten sollte sich das orientieren, an dem, was auch durchschnittlich ein Werkstattplatz kostet. Und dann sieht man, da ist Luft. Also wenn man diese 75% nimmt, das schöpft das keineswegs voll aus, da ist finanziell Luft für eine ordentliche Assistenzleistung, die im Grunde genommen in jedem Einzelfall dann auch individuell überlegt werden muss. Ist es mehr die Vorbereitung, ist es mehr die Begleitung, ist es das zur Arbeit bringen, das muss dann einzeln im Teilhabeplanverfahren erörtert und bestimmt werden. Herr Schmaß. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, an einer entscheidenden Frage angekommen, die das BTHG ohnehin an vielen Orten aufwerft, nämlich wie wird es umgesetzt. Ich möchte jetzt nur was, das persönliche Budget einfach darauf hinweisen und die Assistenzleistung, dass es solche Assistenzleistungen in vielen Bundesländern auch schon gibt. Anders finanziert, durchaus Ausgleichsabgabemittel und so weiter. Also wir haben in Saarland Fachkräfte für betriebliche Integration, auch in Rheinland-Pfalz gibt es entsprechende Jobcoaches oder wie auch immer. Ich weiß das von Hessen, da gibt es auch Fachkräfte für betriebliche Integration. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man diese bestehenden Systeme und Leistungen, egal aus welchen Mitteln sie dann auch finanziert wurden, mit dem neuen Budget für Arbeit zusammenbringt. Dass man nicht bestehende Strukturen, die zum Teil gut funktionieren, ja, ich sage jetzt mal, einfach wegmacht, sondern dass man gute Wege findet in den einzelnen Regionen, in den einzelnen Bundesländern, um diese Dinge zu kombinieren und zum Wohle des Menschen eben einzusetzen, der auf den allgemeinen Arbeitsmarkt strebt. Das sollte uns gelingen, ist aber im bürokratischen Alltag nicht immer ganz so einfach. Herr Jüttich. Ja, Sie haben schon meine Sorgenfalten gesehen. Ja. Die sind kaum zu übersehen. Gut. Das wünsche ich mir alles auch. Aber ich wünsche mir noch mehr. Es sind wieder die gleichen Anbieter. In Hamburg ist es so. In Hamburg sind es die Werkstätten, die diese Jobcoach zum Beispiel mit übernehmen. Es gibt noch zwei weitere Anbieter. Aber es ist keine Öffnung nach außen. Es ist wieder das Gleiche. Es bleibt in den gleichen Händen, in der gleichen Struktur. Das möchte ich gerne aufbrechen. Ich möchte, dass es viele, viele kleine Leute gibt, Organisationen gibt, die, was weiß ich, sagen, hey, wir machen diese Begleitung. Wir unterstützen dabei. Was brauchst du wirklich dabei? Und es muss nicht der Sozialpädagogik aus der Werkstatt sein. Es muss nicht der typische, immer wieder der gleiche sein. Die gleichen Anbieter, die jetzt sich dort ein neues Töpfchen aufmachen. Ein Schmankerl nur ganz kurz. Es gibt diese unabhängige Beratung, die Sie gerade so wunderbar gelobt haben. Jetzt fangen die Träger an, Vereine zu gründen, damit sie sozusagen unabhängige Beratung anbieten können. Was ist das denn? Also ich muss da was Neues entstehen. Wir wollen da was Neues mit diesem Bundesteilhabegesetz und nicht, dass die gleichen Anbieter wie vorher die Länder wieder die Hände aufhalten und das von der einen Hand in die andere schaufeln. Es muss da sich wirklich was verändern. Was Grundlegendes verändern heißt, sich wirklich öffnen und viele, viele andere Leute zulassen und die Chance geben, sich da zu entwickeln. Und das ist das, was ich ein bisschen vermisse. Das Bundesteilhabegesetz ist geschrieben. Jetzt, genau was Herr Schmaus gesagt hat, jetzt ist, wer bezahlt es eigentlich? Wie wird es eigentlich umgesetzt? Was passiert jetzt eigentlich? Das ist bei den Ländern. Und ich habe ein ganz komisches Gefühl. Ich habe das Gefühl, es bleibt alles so, wie es war. Ja, es verändert sich nur ein bisschen was aus Inklusionsbetrieben mit Inklusionsbetrieben. Es verändert sich ein Name. Auf die Frage, was hat sich jetzt strukturell oder was hat sich jetzt wirklich inhaltlich verändert, wenn ich meinen Namen ändere, war die Antwort nichts. Also das ist genau das, was ich befürchte. Und das ist das, was mich so wütend macht. Das Hamburger Budget für Arbeit hat es geschafft bis dato, ich habe da noch die Leute vom Ministerium erreicht, 220 Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Das ist toll. Die Werkstätten vorher haben viel weniger Leute auf dem ersten Arbeitsmarkt vermittelt. Warum eigentlich? Sie haben doch, dieses ganze Know-how ist doch da gewesen über Jahrzehnte und sie haben es nicht geschafft, das zu machen. Erst als ein gewisser Sozialsenator gesagt hat, ich will jetzt in zwei Jahren 100 Leute auf dem ersten Arbeitsmarkt das Hamburger Budget für Arbeit. Haben alle die Hacken zusammen geklatscht, haben sich hingesetzt und zusammen daran gearbeitet, das umzusetzen? Herr Schmaus wird schon ganz unruhig. Darf ich widersprechen? Ich muss jetzt, gut, wir haben zwei erfolgreiche Bundesländer bei der Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, die vorne liegen. Das eine ist Hamburg und am Platz zwei kommt das Saarland. Das Saarland vermittelt die Werkstattbeschäftigten. Rheinland-Pfalz, Rheinland-Pfalz, Kopf. Wir wollen alle Bundesländer hier berücksichtigen. Sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen jetzt gerade. Und wir haben die aus den Werkstätten heraus vermittelt, 180 bisher. Also wenn Sie 220 in Hamburg vermittelt haben, dann ist das ganz genau dasselbe. Und ich glaube, es ist nicht die entscheidende Frage, wo der Sozialarbeiter jetzt seinen Arbeitsvertrag hat, sondern es ist die entscheidende Frage, wo der Mensch mit Behinderung aus der Werkstatt nachher seinen Arbeitsplatz findet. Und natürlich, es ist völlig irrelevant, ob der Sozialarbeiter aus Hamburg, der nicht bei der Werkstatt angestellt ist, ihm in einen Schreinerbetrieb vermittelt oder der Sozialarbeiter der Werkstatt oder die Fachkraft für betriebliche Integration. Also das ist mir zu ideologisch. Das sollte an dieser Stelle keine Rolle spielen. Ich darf eine nächste Frage mit einknüpfen. Bitte schön. Stehen Sie kurz auf und stellen Sie sich vor. Ich halte das Mikrofon gerne für Sie fest. Ja, ich bin Joachim Andreas Bremesser, komme aus den Elbe-Werkstätten in Hamburg und ich bin auch Werkstattrat und habe mal eine Frage an Herrn Judith, wenn man jetzt das persönliche Budget einfordert und man schafft es nicht vom ersten Arbeitsplatz, ersten Arbeitsmarkt und geht dann wieder zurück in die Werkstatt, muss man das Geld dann wieder zurückgeben oder wie läuft so was? Nein, ich denke, das haben wir wunderbar geregelt. Der Übergang auf dem ersten Arbeitsmarkt ist möglich und das Zurückwechsel in die Werkstatt, weil man es nicht möchte oder nicht kann, ist genauso wunderbar geregelt und sehr einfach möglich. Man muss nichts zurückzahlen, alles ist wunderbar. Sie haben ja tatsächlich so auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ja ein Entgelt verdient und wie jeder den Arbeitsplatz wechselt, muss ich ja nicht an den alten Arbeitgeber was zurückzahlen, nur weil ich den Arbeitgeber wechsle. Also das heißt, da brauchen Sie gar keine Sorge zu haben. Die nächste Frage kommt von... Mein Name ist Alexander Wenger. Ich bin Schwerbehindertenvertrauensperson bei der GE Power AG. Das ist ein Unternehmen im Kraftwerksservice weltweit. Wir haben in Berlin hier ein wichtiges Mittelstandesunternehmen, was im Kraftwerksservice aktiv ist. Das ist der erste Arbeitsmarkt und zum Budget für Arbeit. Ich bin selbst noch Mitglied in der IG Metall im Arbeitskreis für wilde Menschen und im Bundesvorstand bin ich auch aktiv und bin Mitglied im Sofort-Eberhin-Brandenburg. Meine Fragen zum Budget für Arbeit ist... Wollen wir mit einer anfangen? Ganz klar, kurz, pragmatisch. Wo beantrage ich dieses Budget? Beantrage ich dies bei der Arbeitsagentur, bei der Deutschen Rennwäubigung oder beim Bundesministerium für Arbeit? Wer kann die Frage beantworten? Beim Träger der Eingliederungshilfe. Also das wäre hier in Berlin ein Bezirk zurzeit. Beim Bezirksamt Pankow oder wie? Also welches Bezirksamt für Sie jetzt zuständig ist, das können wir, glaube ich, jetzt an dieser Stelle nicht beantworten. Aber Sie hatten noch eine andere Frage. Die zweite Frage ist, bekommen nur Menschen diese Leistung, die neu eingestellt werden im Betrieb oder auch die im Betrieb umgesetzt werden auf einen anderen Arbeitsplatz. Und dann, wie lange und ja, wie lange, wie hoch haben wir ja gehört, 75 Prozent, aber wie lange wird dieses Budget für Arbeit für den neu eingestellten Mitarbeiter oder umgesetzten Mitarbeiter gewährt? Da fragen wir doch wieder den Fachmann am besten. Also das richtet sich, das Budget für Arbeit richtet sich Sekunde, Ihr Mikro ist noch nicht an. Das Budget für Arbeit richtet sich an Menschen, die ansonsten einen Anspruch hätten auf einen Arbeitsplatz in der Werkstatt, ein Recht auf einen Werkstattarbeitsplatz. Das heißt, Ihr Umsetzungsfall, da ist die Antwort nein. Dann ist ja jemand offenbar bei Ihnen beschäftigt, Glückwunsch, der ist offenbar nicht in der Werkstatt. Also das ist nicht der Fall, sondern es geht um Menschen, die sind normaler Betrieb und das Werkstatt, das Budget für Arbeit finanziert keine Arbeitsplätze in normalen Betrieben, die schon von normalen besetzt sind und normal finanziert sind. Das ist eine Alternative, eine andere Möglichkeit für Menschen, die sonst in einer Werkstatt für behinderte Menschen tätig wären. Und daher erklärt sich übrigens auch die Antwort auf die zweite Frage, nämlich im Prinzip unbefristet, solange wie er dann im Betrieb beschäftigt ist, weil in der Werkstatt hat er einen Rechtsanspruch auf auch unbefristete Förderung, bis er irgendwann mal aus der Werkstatt heraus geht. Insofern sehen Sie, die Antworten auf Ihre beiden Fragen hängen gewisserweise zusammen. Es ist ein unbefristeter Zuschuss, in diesem Sinne, ich meine, im Umfeld sind wir alle tot, also dann nicht mehr, also unbefristeter Zuschuss für Menschen, die sonst in einer Werkstatt beschäftigt wären, also nicht eine Umsetzung im Betrieb. Wenn aber einer aus der Werkstatt bei Ihnen im Betrieb angefangen hat und danach dann umgesetzt wird, ja das kann er natürlich mitnehmen. Vielen Dank, bis hierher, die Details können wir sicherlich gleich noch im persönlichen Gespräch klären. Die nächste Frage, bitte. Ja, Ferdinand Giese, Ferdinand Giese, ich bin Geschäftsführer einer Werkstatt verbinderte Menschen in Nordrhein-Westfalen, in Lippstadt genauer und ja, habe mal eine Frage, es wurde ja eben allgemein in Beklag, die niedrige Vermittlungsquote und es gab ja da auf dem Podium da die Frage, wer liegt jetzt nun an der Spitze, Hamburg oder das Saarland? Würden Sie vielleicht ein Land, falls nicht zu vergessen. Ein Land, falls nicht zu vergessen, gestehe ich gerne zu. Nordrhein-Westfalen, jedenfalls ziemlich weit hinten. Würden Sie auch andere Gründe zulassen bezüglich der niedrigen Vermittlungsquote als die Frage, wie gut eine Werkstatt das managt und wie die Rahmenbedingungen vielleicht zählt dazu auch noch das wirtschaftliche Umfeld der Region, in der eine Werkstatt tätig ist. Vielleicht zählt dazu auch die Frage, wie bereit sind denn Unternehmer daran mitzuwirken. Wir haben uns ja in allen möglichen Symposien und Foren schon unterhalten darüber, was und als Adressat der Politik empfinde ich mich auch durchaus vorwurfsvoll unterhalten, warum Werkstätten das nicht schaffen. Ich habe bisher noch nicht gemerkt, dass Unternehmer ans Händchen genommen wurden, um zu sagen, hier Leute, das ist auch ein verdienstvolles Feld für euch. Engagiert euch mal da, nehmt Kontakt zu der Werkstatt auf. Da vermisse ich deutliche Signale der Politik. Das muss ich auch ganz deutlich mal sagen. Hier werden Werkstätten ziemlich im Regen stehen gelassen mit den Anforderungen der Politik und der Verwaltungen und Unternehmer. Außer über die Ausgleichsabgabe gibt es da keinen Hebel. Vielen Dank, Herr Greis und Herr Schmaus. Sind das Erfahrungen, man muss es dann auch so sagen, schlechte Erfahrungen, die Sie teilen? Ich glaube, dass es ganz unterschiedlich ist bei uns in der Region des Landkreises Mainz-Bingen und der Stadt Mainz. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit mittelständigen Unternehmen, die sehr, sehr interessiert sind, etwas zu tun, auch für Menschen mit Beeinträchtigungen. Es gibt die ein oder anderen tatsächlich Großunternehmen, für die ist es vollkommen klar, dass sie ausreichend Arbeitsplätze haben für Menschen mit Beeinträchtigung. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, natürlich ist es ein Geschehen, was viele, viele Aspekte hat, warum Menschen den Übergang erschwert oder wo es erschwert ist, in den allgemeinen Arbeitsmarkt überzugehen. Die Seite der Industrie, der Handwerksbetriebe natürlich ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Ja, also ich lasse hier keine Werkstatt im Regen stehen, nur damit das klar ist an der Stelle. Es war das Thema am Anfang, wie kann man mehr vermitteln und so etwas. Ich möchte eines klarstellen, selbst wenn wir mit dem persönlichen Budget unsere Vermittlungszahlen in der Bundesrepublik Deutschland verzehnfachen, dann liegen wir bei einem Prozent im Jahr. Wir liegen jetzt bei 0,1 Prozent, 0,11 Prozent Vermittlung in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. Das stimmt, da gibt es die Studie von Konsens, in Hamburg waren es 0,4 und im Saarland 0,3 oder so etwas. Reinhard Fals ist mir jetzt die Zahl nicht bekannt. Aber es ist egal, darum geht es auch gar nicht. Sondern selbst wenn wir auf 2, 3 Prozent kommen, dann hätten wir die Zahl verzehnfacht. Dann brauchen wir immer noch und zwar ganz notwendig die Werkstatt. Was das Thema Arbeitgeber betrifft, sehr unterschiedliche Erfahrungen, was wir besonders bedauern, zumindest im Saarland, dass von den ganzen Versicherungsvermittlungsfällen so gut wie keiner bei die öffentliche Hand gehen. So gut wie keiner. Das ist ganz interessant, sondern das sind kleine und mittelständische Betriebe, also weder Großkonzerne stellen Leute ein, noch öffentliche Hand. Ganz selten. Also natürlich müssen wir an die Arbeitgeber appellieren, natürlich müssen wir Arbeitgeber nicht nur finanziell fördern, sondern auch ein gewisses Umdenken bei den Arbeitgebern muss stattfinden. Und es ist natürlich nicht immer die Werkstatt schuld. Das habe ich sowieso vorausgesetzt, dass diese Dinge einfach der Fall sein müssen. Wenn Herr Judith sich kurzfasst, darf er auch noch antworten, weil ich habe hier eine letzte Frage für dieses erste Forum. Naja, also kurzgefasst, es ist schon erstaunlich, dass sich halt durch das Budget für Arbeit die Vermittlungszahl verzehnfacht. Das ist schon mal toll. Und ich finde, das sollten wir unterstreichen. Das haben wir auch in Hamburg erlebt, dass sich das sozusagen verzehnfacht hat und das ist großartig. Wenn sich das durchsetzt, dann haben wir vielleicht schneller weniger Leute in den Werkstätten als mehr Leute in den Werkstätten. Und auch das wäre gar nicht schlecht im Sinne der Inklusion. Ihre Frage bitte. Also mein Name ist Helmut Grana, ich bin Vertrauensperson in der Volkswagen AG. Ich habe zwei Fragen und zwar... Eine bitte. Dann muss ich zwei zu einer zusammenfassen, kriege ich auch hin. Ich werde hier ganz gemein ausgetrickst. Nein, das ist ganz normal so im Leben. Das sagen Sie so. Aber gut, Ihre Fragen bitte. Ich meine das auch so. Erstens, die Betriebe und auch Werkstätten, ich glaube, die gegenseitige Information und zwar eine Information, sodass das wirklich auch bei den Betrieben ankommt, ob das nun Großbetrieb, Kleinbetrieb ist. Ich glaube, da müssen wir wirklich hinschauen und hingucken, dass wir dort die Informationen so breit streuen, dass da wirklich auch was passieren kann und dass das auch zum Nutzen beider Seiten durchaus auch sein kann. Ich glaube, das ist ein Punkt, den müssen wir wirklich angehen an der Stelle. Und ich glaube, ein zweiter Punkt, und das wäre meine zweite Frage gewesen, ist schlicht und einfach die Sache, man muss, glaube ich, wirklich darüber nachdenken, ob ich das als Länderpolitik tatsächlich so stehen lassen will oder nicht. Weil da sind so viele Unterschiede. Das, wo, ich sage mal, Gelder in irgendeiner Form locker gemacht werden müssen oder so, das ist in den Ländern extrem unterschiedlich. Ich weiß es, weil wir mehrere Standorte in unterschiedlichen Ländern haben und da ist das einfach so. Ich glaube schon, dass es durchaus nützlich und hilfreich ist, wenn wir dort eine vernünftige, ordentliche Regelung haben. Es gibt nie die wirklich gute Regelung oder so, aber eine relativ vernünftige und ich glaube, das sollten wir ernsthaft mal betrachten bei dieser Geschichte. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass der eine oder andere tatsächlich aus der Werkstatt rauskommen kann in Betrieb, wo er sinnvoll, vernünftig eingesetzt ist mit entsprechenden Unterstützung und ich sage mal, einige wenige werden mit Sicherheit vielleicht auch in der Werkstatt bleiben müssen. Es ist auch gut, dass es diese Dinge entsprechend gibt. Auf der anderen Seite haben wir ja gelernt, dass gerade auch die Verhältnisse in den Ländern, an den Standorten sehr unterschiedlich ist. Rheinland-Pfalz ist nicht das Saarland, ist nicht Hamburg. Wie sehen Sie das? Ich würde sehr gerne dazu etwas sagen und zwar, wir arbeiten in Mainz mit Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und das, was ich jeden Tag höre von diesen Menschen ist, wie sehr sie in der Allgemeinheit stigmatisiert werden. Also Menschen, die Antizophrie erleiden, Borderline erkrankt sind, Verhaltensauffälligkeiten zeigen oder, oder, oder. Und da sind die Arbeitgeber genauso wie die normale Bevölkerung. Es gibt eine ganze Reihe von Vorurteilen, eine ganze Menge Eigenschaften, die man diesen Menschen zuschreibt, zum Beispiel, dass sie gewalttätig sind oder, 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 was gar nicht zutrifft in der Vielzahl der Fälle. Das heißt, da sehe ich ein großes Vermittlungshemmnis, dass es Vorurteile gibt bei bestimmten Menschen mit bestimmten Beeinträchtigungen. und unsere Erfahrung ist, dass wir das nur dann aufbrechen können, wenn der persönliche Kontakt hergestellt ist. Wenn der Arbeitgeber Meier den beeinträchtigten Herrn Müller kennenlernt und sieht, ach, guck mal, so ist der. Und dass er auch weiß, es kann in Krise kommen, es kann in Krise kommen, da wird er schizophren, da wird er psychotisch, es kann mal schwierig werden und in der Tat brauchen wir da an der Stelle eine gute Betreuung, dass jemand interveniert, dass jemand die Wogen klettert, vielleicht auch aus der Arbeit rauszieht und für andere Hilfen sorgt. Aber ich finde, das ist gerade bei der Arbeit mit Menschen, mit psychischen Beeinträchtigungen ganz entscheidend, dass es ein ganz hohes gesellschaftliches Stigma gibt. Vorurteile abbauen durch persönliche Begegnungen, Herr Judith und Herr Schmaus, das ist sicherlich auch in Ihrem Interesse. Ja, natürlich. Also persönliche Begegnungen in allen Formen. Ich denke, wir haben das in der Politik weitestgehend erreicht in den zurückliegenden Jahren, dass Menschen mit Behinderung aus Werkstätten auch auf allen politischen Ebenen eingeladen werden. Herr Schummer macht das ja vor, die SPD-Bundestagsfraktion genauso, dass Menschen mit Werkstatträten und so weiter in diesem Kontext mittlerweile inkludiert, integriert, wie auch immer, in der Politik inkludiert sind. Allerdings im wirtschaftlichen Umfeld ist das so noch nicht der Fall. Und das ist natürlich richtig, dass man dort auch mehr dafür werben muss, mehr Menschen mit Behinderung in Kontakt bringen muss mit Unternehmen. Wobei ich eines an der Stelle noch hinterher schieben möchte. Man muss immer sehen, ein klassischer privater Unternehmer, ein klassischer, ich nehme jetzt mal Christian Judit aus als Unternehmer, ein klassischer privater Unternehmer, er hat primär ein Ziel. Das ist die Gewinnmaximierung. Das sollte man einfach an der Stelle immer wieder betonen. Und das ist eben nicht das Ziel der Werkstätten. Und deswegen beschäftigen wir als Werkstätten eben Menschen mit Behinderung, weil das unser Ziel ist, diesen Menschen Beschäftigung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu bieten. Der private Unternehmer hat ein anderes Ziel. Herr Judit. Naja, also ich, Gewinnmaximierung finde ich schon schick. Ich finde das nicht schick. Ich habe das festgestellt, dass das das Ziel des Unternehmens ist. Das mache ich auch gerne, sozusagen. Aber die Situation war genau das, dass dieser Kollege auf mich zukam und sagte in einem Nebensatz nur, ich möchte gerne raus aus der Werkstatt. Das war nicht die Sozialpädagogin, es war nicht die Leitung, es war nicht der Reha-Begleiter, es war der Beschäftigte selbst, der mich ansprach als Vertrauensperson, die ich dort als Externer in der Werkstatt war. Und dann dachte ich, okay, können wir darüber reden? Und dann entstand das. Von daher meine Ermutigung, genau das, natürlich Menschen mit Behinderung rausgehen, reingehen in die Betriebe, zum Kfz-Mechaniker um die Ecke und sagen, hey, ich habe Bock, bei dir die Werkzeuge zu sortieren oder in der Bäckerei sonst was aufzuschlagen und zu sagen, ich würde gerne hier arbeiten. Und ich glaube, dass das viel mehr passieren muss. Und auch Menschen mit Behinderung müssen eine Verantwortung dafür übernehmen, für sich. Ganz oft wird das in Institutionen abtrainiert, dass man Verantwortung übernimmt. Und das ist eine freche These von mir, das würde ich mir wünschen, dass viele Kollegen, Menschen mit Behinderung, mehr Verantwortung, auch mehr Lust dazu haben, dann zu sagen, so, jetzt gehe ich los und ich mache das mal. Ich finde diese Idee toll. Und genau so hat es ja bei mir funktioniert. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, ich mache jetzt Hamburger Budget für Arbeit, weil irgendein netter Geschäftsführer oder Geschäftsführerin auf mich zukam oder ein Sozialpädagoge, sondern weil der Mensch mit Behinderung bei mir sozusagen indirekt vor der Tür stand und sagte, ich hätte gerne Lust, nicht mit einer Werkstatt zu arbeiten. Ein erstes Forum, ein erster Aufschlag bei diesem Werkstattkongress, bei dieser Werkstattkonferenz. Wir gönnen uns jetzt eine kurze Pause von einer Viertelstunde, lüften mal ordentlich durch, nehmen alle mal einen Schluck zu trinken. Ich glaube, das tut uns ganz gut. Und dann sehen wir uns um 14.15 Uhr hier wieder zum zweiten und zum dritten Forum. Herzlichen Dank. Dankeschön. Eine Zahl, die uns der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hinterlassen hat. Da geht es um die Übergänge aus den Werkstätten in den ersten Arbeitsmarkt für Nordrhein-Westfalen. Und das ist eine ziemlich stolze Zahl. Da geht es nämlich um 1.328 Menschen. Damit wir nicht nur hier über Rheinland-Pfalz, das Saarland und Hamburg gesprochen haben, sondern eben auch über Nordrhein-Westfalen. Ja, willkommen zurück. Bildung in Werkstätten neu denken, berufliche Qualifizierung ausbauen. Das ist das Thema des zweiten Forums hier heute bei der Werkstattkonferenz im Fraktionssaal von CDU und CSU. Ich darf in die Runde bitten. Andrea Stratmann, Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen. Dann ist Christina Schulz da, Vorstand der Werkstatträte in Deutschland. Kirsten Vollmer ist gekommen von der Stabstelle Berufliche Bildung für behinderte Menschen beim Bundesinstitutungsverband. Institut für Berufsbildung und Jens Nitschke. Herzlich willkommen, Fachbereichsleiter Teilhabeleistungen und Recht bei der Bundesagentur für Arbeit. Ihnen allen noch mal einen guten Montagmittag. Ja, es darf ruhig Applaus geben. Genau. Frau Stratmann, als Psychologin und Pädagogin, die Sie sind, wo stehen wir jetzt, was die Werkstatt Menschen angeht und wo wollen wir hin? Kommt gleich. Eins, zwei, drei. Ah ja, okay, wunderbar. Ja, nicht nur als Psychologin, sondern auch als Verantwortliche in einem sehr großen Werkstattträger, aber auch von verschiedenen Inklusionsfirmen. Ich glaube, wir sind auf dem Weg. Wir sind seit vielen Jahren aufgebrochen und haben Dinge gestaltet und haben jetzt durch das BTHG noch mal einen neuen Schub bekommen, die Dinge weiter zu gestalten. Also ich denke, in der Vergangenheit hatten wir sicher nicht so den Blick auf berufliche Bildung, wenn wir an Werkstätten gedacht haben. Folgerichtig gibt es auch Berufsbildung im Berufsbildungsgesetz in der Werkstatt nicht in der Form. Jetzt haben wir eine neue Idee. Wir haben die Idee, dass wir berufliche Bildung so anpassen, dass so viel wie möglich Übergänge möglich sind aus dem System der Werkstatt, aber auch im System der Werkstatt so gut wie möglich Prozesse gestaltet werden können. Und das müssen wir, glaube ich, jetzt nach und nach angehen. Das ist eine Aufgabe der Szene, das ist aber auch eine politische Aufgabe, beides. Frau Schulz, eines Ihrer Themen ist die Situation von Frauen. Wo und wann sind behinderte Frauen besonders gefährdet? Also sicherlich nicht nur beim Thema Gewalt. Das ist auch, wie ich finde, beim Thema Berufsbildung sehr stark der Fall. Wir haben von Werkstatt Räte Deutsch mal so eine kleine Umfrage gemacht, was die Leute gerne lernen müssen. Und da kam es doch ganz oft, dass Frauen dann zwar Kochen und Backen gesagt haben, aber wenn man dann so genau nachgefragt hat, war das eben ganz oft, ja, mein Partner möchte das so oder ich will ausziehen und ich darf nicht, weil ich nicht kochen kann. Und das finde ich irgendwie ja eine schlimme Sache, wenn jemand nur deswegen in die Hauswirtschaft geht, weil er vielleicht irgendwann mal dann ausziehen darf. Nicht-behinderte Frauen werden das auch nicht gefragt. Was können denn Werkstatträtinnen und Frauenbeauftragte in dieser Frage tun? Also sie können sicherlich dann immer wieder darauf aufmerksam machen, wenn Frauen irgendwie benachteiligt sind. Wenn zum Beispiel irgendein Gruppenleiter meint, irgendwelche Arbeitskleidungen nicht rausgeben zu wollen, das heißt, Frauen kriegen keine Arbeitsanzüge, sondern nur tallierte Kittel, dann können sie halt auch nicht die entsprechenden Arbeiten machen. Und dass man da einfach als Werkstattrat und auch als Frauenbeauftragte guckt, wie man da den Herrn ein bisschen einheizt. Das gelingt Ihnen bestimmt. Also das glaube ich unbesehen. Kirsten Vollmer weiß, wie man Themen an den Mann und an die Frau redet. Sie hat jahrelang im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung gearbeitet, unter anderem als Chefin vom Dienst. Inzwischen kümmert sie sich eben aber eben um berufliche Bildung für behinderte Menschen. Was sollten alle über dieses Thema wissen? Ja, ich schaue mal von der Bildung, denn jetzt bin ich ja seit vielen, vielen Jahren im Bundesinstitut für Berufsbildung. Ich denke, wichtig zu wissen ist, egal an welcher Stelle man steht, dass wichtig ist, dass berufliche Bildung in Werkstätten für behinderte Menschen ein Teil unseres differenzierten Spektrums an beruflicher Bildung ist. Dass es nicht ein separater Bereich ist, den man separat sieht oder separat behandelt oder vielleicht auch mit Vorurteilen separat betrachtet, sondern der ein selbstverständlicher Teil des beruflichen Systems, der beruflichen Bildung ist. Und es fielen ja vorhin schon die Stichworte Anschlussfähigkeit, Durchlässigkeit. Das denke ich, ist ganz wichtig, dass man es unter diesen Aspekten sieht. Und dass man die berufliche Bildung der behinderten Menschen, und Frau Strattmann hat es ja auch so dargestellt, dass man auf diesem Weg ist und diesen Weg sehe ich auch so im Werkstättenbereich, dass man sich tatsächlich anschlussfähig an die Philosophie, fiel heute Morgen auch schon, an die Philosophie der beruflichen Bildung macht. Also an Vorstellungen wie berufliche Handlungsfähigkeit als zielberuflicher Bildung, wie Standards, wie Orientierung an den Ausbildungsberufen, damit man auch lesbar, auch transparent ist für Betriebe. Also wenn es um Übergänge gehen soll, dann ist es eben auch ganz wichtig, dass man eine berufliche Qualifizierung durchführt, die eben tatsächlich der beruflichen Qualifizierung in der regulären Ausbildung in irgendeiner Art und Weise entspricht. Also das fängt an von den Begrifflichkeiten, das fängt an von der Art des Qualifizierens. Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Und wenn ich noch einen zweiten Satz sagen darf, wir haben jetzt ganz aktuell zum 1. Januar dieses Jahres ist eine Fortbildungsordnung in Kraft getreten. Denn wenn wir über berufliche Bildung in Werkstätten sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über diejenigen, nämlich über die Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung, die genau das tun, die Menschen zu qualifizieren, die Übergänge initiieren, die an den individuellen Ausgangslagen der behinderten Menschen ansetzen. Und hier ist eben jetzt in der Tat, im Gegensatz zur Vorgängerregelung, die ja noch hieß, Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen. Die Werkstätten für behinderte Menschen sind weggefallen, nicht weil sie nicht mehr ein wichtiger Lern- und Beschäftigungsort sind, sondern weil man mit diesem neuen Qualifikationsprofil ernst macht, mit der Personenzentrierung. Man rückt tatsächlich den behinderten Menschen ins Blickfeld und sagt so, wo sind dessen Fähigkeiten, wo sind seine Bedarfe, wie kann man ihn so qualifizieren, dass für ihn Perspektiven entstehen. Und dieses Qualifikationsprofil muss jetzt natürlich auch in die Praxis umgesetzt werden. Und da nehme ich auch gerne die Gelegenheit wahr und danke auch dem Veranstalter hier, dafür tatsächlich zu werben. Denn das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, wo man tatsächlich weiterkommen kann in Bezug auf die behinderten Menschen. Ich glaube, das Dankeschön ist angekommen, oder Herr Schumann? Jens Nischke von der Bundesagentur für Arbeit ist zu uns gekommen, mit den Werkstätten gleich doppelt verbunden. Ergibt sich daraus auch eine doppelte Herausforderung? Also wir haben auf beiden, die bieten sowohl als Anerkennungs... Wenn Sie das Mikrofon ein bisschen höher halten, dann kann man es besser verstehen. Wir haben sowohl als Anerkennungsbehörde für die Werkstätten, für behinderte Menschen eine Verantwortung. Natürlich, dass die entsprechenden Regelungen, so wie sie im SGB IX niedergeschrieben sind und auch in der Werkstättenverordnung dann auch umgesetzt werden, sodass auch Gewähr gegeben ist, dass die Werkstätten entsprechend ausgestattet sind, entsprechendes Personal vorhalten und die entsprechenden Personalschlüssel auch vorhalten. Das andere ist natürlich, wir sind Leistungsträger, Rehabilitationsträger und können die Werkstätten zumindest im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich belegen. Und wir haben uns dort als Leistungsträger, 2010 war das, ein Fachkonzept überlegt, mit dem wir sozusagen im Dialog auch mit den Werkstätten dann stehen. Die Werkstätten konkretisieren unser Fachkonzept durch ihre Durchsetzung oder Umsetzungskonzepte, die sie uns dann vorlegen, um dann auch zu garantieren, dass der Teil der beruflichen Bildung entsprechend durchgeführt werden kann. Wir wollen uns ein Beispiel beziehungsweise ein Modell aus der Praxis ansehen, was in Dortmund entwickelt worden ist, dort an der Technischen Universität. Es geht um Möglichkeiten von E-Learning, um interaktive Lernvideos. An dieser Entwicklung waren und sind beteiligt Martina Kunzendorf und Stefan Wagner und die beiden stellen uns jetzt die Möglichkeiten von We are for all for. Herzlich willkommen. Noch nicht, aber gleich. Jetzt. Jetzt. Okay, mein Name ist Martina Kunzendorf, ich komme von der Technischen Universität Dortmund, dem Lehrstuhl für Rehabilitationstechnologie. Darf ich da noch einmal kurz dran rutschen? Dann kann man sie, glaube ich, noch besser verstehen. Und mein Kollege, Herr Wagner, kommt von den hannoverischen Werkstätten. Wir arbeiten gemeinsam mit zwei weiteren Partnern, der Maria Berger Ausbildungs- und Service GmbH und der Grünbau GGMBH aus Dortmund zusammen am Projekt We are for all. Und We are for all, das Akronym steht für Video Interactive und Augmented, Arbeitsprozessorientiert, Lebenslang Lernen. Und wir entwickeln und erproben in unserem Projekt ein ganzheitliches E-Learning-Angebot für Beschäftigte mit und ohne Handicap. Ziel ist es, die beruflichen Handlungskompetenzen der Menschen eben zu verbessern und sie für eine Teilhabe auf dem ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten. Und so denke ich auch, wir haben mit dem Angebot noch einmal eine Chance, auch wenn sie im ersten Arbeitsmarkt sind, Arbeitsprozesse zu begleiten mit dem, was wir entwickeln. Und wir denken damit, einen Beitrag zur Durchlässigkeit, die hier eben so oft angesprochen worden ist, zu leisten. Kern des E-Learning-Angebots sind eben interaktive, arbeitsprozessorientierte Lernvideos, die in so ein ganzes E-Learning-Szenario eingebettet werden, die auch Kommunikations- und Kooperationswerkzeuge uns zur Verfügung stellen. Und vor dem Hintergrund der Zielgruppe ist es bei uns für die Entwicklung der Lernvideos ganz wichtig, dass die eben sowohl technisch, aber auch didaktisch barrierefrei sind. Das heißt, wir greifen zurück auf das Universal Design for Learning. Hier geht es darum, möglichst vielfältige Darstellungsweisen zu entwickeln für Lerninhalte, über Grafiken, Videos etc., dass die eben verschiedentlich präsentiert werden. Es sollen vielfältige Möglichkeiten geboten werden zur Beteiligung und des Austausches miteinander. Dann benutzen wir die leichte Sprache, wobei wir hier explizit eine Ausnahme machen, nämlich die Fachsprache behalten wir bei, weil wir die für die Integration in den ersten Arbeitsmarkt für sehr wichtig halten. Die wird aber dann wenn wir in den Lernvideos arbeiten, kontextsensitiv erklärt. Das heißt, der User kann dann hingehen und sich die entsprechenden Erklärungen aufrufen. Dann orientieren wir uns ganz wesentlich noch mal am Prinzip der vollständigen Handlung. Wir haben also nicht losgelöste Lerneinheiten, sondern wir orientieren uns immer an einem kompletten Arbeitsprozess, einem kompletten Arbeitsauftrag. Eine kurze Besonderheit möchte ich noch bei der Erstellung der Lernvideos vorstellen. Und zwar arbeiten wir hier bei der Aufnahme der Arbeitsprozesse auch mit einem Eye-Tracker. Das heißt, wir ergänzen so etwas wie Beobachtungen, Interviews etc. Und dieser Eye-Tracker gibt uns die Möglichkeit zu gucken, an welchen Stellen ist es eben sehr schwierig im Arbeitsprozess, wo muss sich jemand sehr konzentrieren, wo ist Aufmerksamkeit gefordert etc. Und diese Stellen unterstützen wir dann im Lernvideo explizit. Das heißt, wenn so eine Stelle im Arbeitsprozess vorkommt, erscheint ein kleiner Button und hier kann der User dann draufgehen und das Video anhalten und die nachfolgenden Informationen werden dann eingespielt. Ich glaube, das war so ein wirklich sehr kurzer Abriss zu dem, was wir im Vorhaben machen. Ja, und ich will mal ganz kurz so ein Mini-Beispiel aus der Praxis zeigen. Ich habe hier so ein Tablet mitgebracht. Darum geht es letztendlich. Wir bei den Hannoverschen Werkstätten im Berufsbildungsbereich qualifizieren und fördern unsere Teilnehmer auch dahingehend, dass sie Qualifizierungsbausteine abschließen können. Dies sind Qualifizierungsbausteine, die von der Landwirtschaftskammer Niedersachsens abgenommen sind. Wir haben richtige Prüfung und unsere Intention war, in diesem Via4All alle Informationen in so einen Kurs reinzupacken, um einen Qualifizierungsbaustein abschließen zu können. Das heißt, ich gucke mir nicht nur als Teilnehmer das reine Video an, wie wird etwas gemacht, sondern kriege diese Hintergrundinformation, das Expertenwissen, das Fachwissen, das Erfahrungswissen auch der Fachkräfte vor Ort, kann mir anschauen, wie wird eine Waschmaschine auch wirklich gewartet. Das kriege ich so im Alltag normalerweise nicht mit, weil die nur einmal die Woche gewartet wird. Aber alle Informationen, die dafür zuständig sind oder die dafür nötig sind, sind hier drin. Das ist relativ einfach in Kacheln aufgebaut. Die Navigation ist recht simpel. Wir haben noch zwei, drei Tablets mehr mitgebracht. Wir können nachher in der nächsten Pause gerne uns draußen nochmal hinstellen und wer Interesse hat, kann dann auch mal direkt vor Ort auch nochmal gucken, wie das so funktioniert. Was wichtig ist, ist nochmal, wir haben in so einem Kurs nicht nur die Fachsprache mit drin, die wir wichtig halten, sondern halt auch eine auditive Unterstützung. Wir haben Audio-Buttons mit dabei, wo das Ganze auch nochmal vorgelesen werden kann. Wir haben Piktogramme mit eingebaut für den Teilnehmer, der nicht wirklich richtig gut lesen kann, sich darüber auch nochmal zu informieren. Und in der Zentral gesteuert ist dieses Lernvideo. Das ist ein Player, ähnlich wie bei bei anderen Internetseiten, wo man sich Filme angucken kann, die etwas vormachen, was ich gerne nachmachen möchte. Mit der Besonderheit aber, dass in diesem Film Buttons auftauchen. Das sind dann rote oder blaue Punkte, die werden immer größer an bestimmten Stellen, so wie Frau Kunzenhoff gerade schon sagte. Und da stoppe ich den Film. Und dann kann ich tatsächlich wissen, in dem Film, wo es dann drin steht oder gesagt wird, bitte achten Sie beim Legen der Geschirrtücher auf die linke Seite. Was ist die linke Seite? Dann kriege ich Informationen, wenn ich das anklicke, über die linke Seite eines Stoffes, woran erkenne ich das? Worauf muss ich insbesondere achten? Und bei vielen anderen einzelnen Schritten sind immer diese Buttons auf. Zusätzlich haben wir in diesem Kurs noch mit drin auch Übungen zu diesem Thema. Das heißt, wir haben so kleine Spieleübungen gebaut zum Fachwissen, zur Hygiene, zum Berufsbildungsbereich selber. In welcher Maßnahme bin ich drin? Wie ist das Ganze gestrickt? Also ganz viele Informationen, die das Ganze gut abrunden. Und der Teilnehmer kann hierüber auch über seinen persönlichen Login, den er von uns bekommt, sich das nicht nur zu Hause anschauen. Er kann das während der Arbeitszeit sich anschauen. Er kann das Tablet mit an seinen Arbeitsplatz nehmen, mit an die Mangel. Hat Frau Prof. Dr. Wanker selbst ausprobiert, wie das funktioniert, mit der Mangel dann zu arbeiten. Kann sich da die Informationen holen. Er kann es, oder auch die Fachkraft, kann es einsetzen in einem Projekt. Drei Teilnehmer kriegen die Aufgabe für eine Konferenz, einen Rührkuchen herzustellen. Tablet an die Hand, wie funktioniert das nochmal? Wir haben darüber gesprochen, ihr wisst, wie ihr euch einloggt. Die Informationen sind da drin, jetzt müsst ihr aber umrechnen, es müssen drei Rührkuchen gebacken werden, nicht nur einer. Also all diese Sachen sind da mit dabei. Zusätzlich arbeiten wir mit der Berufsschule zusammen, die unterstützen das Ganze auch nochmal mit, da werden diese Themen auch mit aufgegriffen. Also rund um ein gutes Gesamtpaket, wo unsere Teilnehmer, ja, das ist einfach die Erfahrung, total happy sind, dass sie damit arbeiten können. Prüfung selber haben wir jetzt noch nicht abgenommen, aber es ist ein zusätzliches Instrument und wenn man verstanden hat, dass man via for all auch als Methode für die Qualifizierung einsetzen kann, ist das eine zusätzliche Bereicherung. Ich glaube, das soll an dieser Stelle so reichen. Wir wurden gebeten, kurz zu halten, aber wir sind draußen nachher und beantworten gerne noch mehr Fragen. Ich kann mir vorstellen, dass die Fragen kommen. Herzlichen Dank, Martina Kunzendorf und Stefan Wagner. Ich hatte jetzt so ganz kurz die Befürchtung, so ein Tablet wird mitgemangelt oder mitgebacken, aber das war sicherlich nur so ein Gedanke. Fragen zur beruflichen Bildung? Dann gehe ich da mal rüber. Hallo. Mein Name ist Johannes Schäffler, ich arbeite in den Delfinwerkstätten in Berlin hier und habe auch im Arbeitsbereich als Gruppenleiter und habe aber auch mit der beruflichen Bildung zu tun. Und ich finde dieses Thema total spannend und das ist mit eines der wichtigsten, denke ich, was wir in den Werkstätten auch weiterentwickeln müssen. Für mich fängt das dann aber auch an der Stelle an, dass man darüber nachdenken sollte, wie viel Zeit die Leute in der Werkstatt für die berufliche Bildung haben, weil das ist momentan ja nur geregelt, wie es weiterhin ist, eben zwei Jahre. und wenn ich hier höre, dass man sich auch an Ausbildungsberufen eben orientieren will, dann ist ein Jahr weniger, was ja die Regel ist, immer schwierig. Und ich denke, dass die Leute, die in der Werkstatt im Berufsbildungsbereich arbeiten, wissen, dass das erste Jahr in der beruflichen Bildung weniger mit dem eigentlichen Beruf, den man dann später gehen will, in der Werkstatt oder auch weitergehend zu tun hat. Und de facto ist dann diese Zeit im Grunde genommen wenig. Frau Streitmann, wo soll die Zeit herkommen? Ja, das ist bei all der Freude über das Bundesteilhabegesetz leider eine etwas bittere Pille gewesen, dass es nur bei einem zweijährigen Rahmen des Berufsbildungsbereiches bleibt. Und das vor allen Dingen, wo alle eigentlich wissen, dass Bildung der Schlüssel ist, um Übergänge zu gestalten und um auch Qualität zu erzielen. Das ist kein gutes Signal. Jetzt ist das aber mal so. Und irgendwie ist natürlich nach dem Gesetz auch wieder vor dem Gesetz. Ich glaube, es muss in diese Richtung weitergehen. Und das wird immer sehr stark jetzt diskutiert mit dieser Übergangsgestaltung. Das ist auch so. Das ist die eine Ebene. Die andere ist aber die auch in der Werkstatt selbst. Wir werden auf kurz oder lang in einem Standort Deutschland mit den Produktionskosten, die wir haben, nicht mehr Arbeit bekommen, die nicht von uns auch in einer gewissen Komplexität geleistet werden muss. Wenn wir das nicht stemmen, in den Werkstätten, dann haben wir nicht genug Arbeit. Das heißt, Bildung ist eine lebenslange Anforderung, die wir stellen müssen und zwar so niederschwellig. Wir haben es eben von Via4All gehört und mit so viel Technik, wie der Markt momentan hergibt. Ich glaube, der Weg, der ist unerlässlich. Wenn wir das nicht tun, sind wir als Lieferanten irgendwann nicht mehr en vogue. Zweite Ebene, die der Übergangsgestaltung. je mehr wir vorbereiten auf die Welt, die draußen, außerhalb einer Werkstatt, sich in der Realität der verschiedensten Firmen stattfindet, desto niederschwelliger. Je weniger wir das tun, desto höher die Barriere überhaupt überzugehen. Und ich würde mir von Herzen wünschen, dass der beruflichen Bildung auch noch mal ein bisschen ein Schuhschluss gewährt wird, zeitlicher Art. Das wäre ein guter Invest. Ergänzungen aus der Runde. Ergänzungen aus der Runde. Sonst habe ich hier die nächste Frage. Bitte. Scheit der Paritätische. Frau Stadtmann, herzlichen Dank für die Vorlage zum Thema berufliche Bildung. Ich würde da gerne auch eine bittere Pille anhängen. Und zwar, dass wir es nach wie vor nicht geschafft haben, dass Menschen mit sehr, sehr komplexem Unterstützungsbedarf überhaupt den Weg zur beruflichen Bildung bekommen. Und ich denke, dass hier auch Nacharbeit ist in dem Sinne, wenn wir reden, Inklusion, Teilhabe am Arbeitsleben für alle Menschen, dann muss das auch für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf gelten. Und das ist so ein Stück der Appell an die Politik, Herr Schummer, dass diese Menschen nicht vergessen werden. Das deckt sich auch mit Ihren Erfahrungen, Frau Stadtmann. Frau Schulz, da meine ich auch so ein leichtes Nicken entdeckt zu haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch Psychologin, aber es hat mir von der Logik her nie eingeleuchtet, wieso ein Mensch mit Behinderung das schneller schaffen soll wie ein Mensch ohne Behinderung. Das ist einfach total unlogisch. Das heißt konkret? Also wenn ich jetzt von mir aus gehe, also mein Psychologiestudium hat damals acht Jahre gedauert und ich denke, die Zeit braucht man auch. Die braucht auch ein Mensch mit Behinderung. Dann habe ich hier noch eine Frage gesehen. Komme ich noch mal zu Ihnen. Ich halte es fest. Danke schön. Also als islamische Pädagoge habe ich mich jahrelang mit der Psychologie der Menschen, der Jugendlichen beschäftigt und ich habe mehrere Bücher geschrieben und ein Buch heißt von mir, das ist eine Dissertation, Arbeit, Erziehung ist Liebe. Jeder Mensch, der auf der Welt lebt, egal in welcher Religion, in welcher Situation, hat drei Eigenschaften in sich. Jeder Mensch will lieben, jeder Mensch will geliebt werden, jeder Mensch will anerkannt, geschätzt werden. Besonders bei den Behinderten ist es bei den Behinderten besonders sehr wichtig, dass wir sie anerkennen und schätzen. Dass in Weltstädten allein nur einen Beruf lernen würde nicht genügen, meiner Meinung nach. Man muss mit den Eltern sehr eng zusammenarbeiten, weil ich weiß, dass die Eltern manchmal keine Geduld haben und diese Behinderten nicht so mit Liebe Behandeln und deshalb würde ich mal empfehlen oder ob sie auch mit den Eltern zusammenarbeiten und was ich gesagt habe, dass sie Vorsicht haben, dass die Eltern auch den Kindern viel Liebe und Geduld zeigen. Dankeschön. Liebe und Zuneigung und Wertschätzung sind jetzt nicht unbedingt die Begriffe, die man mit der Bundesagentur für Arbeit verbindet. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen fies. Weiß ich nicht, also das ist mir jetzt so, ist da, aber sie verstehen, was ich damit sagen will. Ist das ein Feld, auf dem die Bundesagentur für Arbeit noch ausbaufähig ist? Also wir versuchen sicherlich den Leuten wertschätzend gegenüber zu treten in der Beratung. Und die Beratung ist jetzt erstmal der Kernschlüssel für uns, wie wir uns arbeitslosen Menschen, egal ob jetzt mit oder ohne Behinderung nähern, um dann natürlich auch herauszubekommen, wo liegen die Kompetenzen, welche Kompetenzen sollen gestärkt werden und mit welchen Fördermöglichkeiten können wir diese stärken? Das ist von uns jetzt erstmal das Grundanliegen und dann auch der Grundansatz, dass es dabei natürlich immer zu Spannungen kommt und sich dann der Mensch möglicherweise nicht so geliebt und angenommen fühlt, das mag ich in Einzelfällen nachvollziehen, aber ich denke, diese Spannungen führen auch dazu, in einem konstruktiven Dialog das Beste dann auch herauszuholen, um dann auch wirklich den optimalen Weg zu gehen. Vielen Dank. Eine nächste Frage, wenn Sie kurz aufstehen, Dankeschön. Angelika Thielicke, Bundesarbeitsgemeinschaft für unterstützte Beschäftigung, die ja schon seit Jahrzehnten in dem Bereich Arbeit für Menschen integrativ und inklusiv tätig ist. Wenn Sie es schaffen, das auf die Sachbearbeiter-Ebene runterzubringen, indem der Rehaberater einen Menschen, der aus dem Fördersystem kommt, einfach mal fragt, was er werden möchte und nicht nur guckt, in welche Schublade er einsortiert wird, ob die AAM, Berufsbildungsbereich, ob Maßnahmen unterstützte Beschäftigung und, und, und. Und wenn Sie das auch noch machen für die Personengruppe, die die Frau Scheidt gerade angesprochen hat, nämlich Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, dann wären wir schon ein Stückchen weiter in Richtung Inklusion. Sie sind nämlich immer an der Nahtstelle, Übergang, Schule, Beruf und wenn es da nur um Töpfe einsortieren geht, da erfährt kein Mensch Wertschätzung, da wird er auch nicht personenzentriert wahrgenommen. Keine Kritik an Sie, aber das müssten die Sachbearbeiter können. Es gibt bestimmt auch ganz tolle Sachbearbeiter bei der Bundesagentur für Arbeit. Das kann ich jetzt nur unterstreichen, also es gibt natürlich solche und solche und es ist dieses System oder das, der Anspruch der Inklusion, das ist natürlich nicht nur ein Anspruch sozusagen, den die Politik jetzt einfach mal so in den Raum gestellt hat und der sich von selbst erfüllt, sondern das merkt, ich merke das auch bei mir, man muss da auch an sich selbst arbeiten und das ist natürlich etwas, jeder Berater muss da natürlich auch an sich arbeiten, jeder Sachbearbeiter muss da an sich arbeiten, dass er auch bestehende Vorurteile im Kopf dann abbaut und wir als Organisation versuchen das natürlich auch mit entsprechenden Qualifizierungen für das eigene Personal auch zu begleiten und zu unterstützen. Frau Vollmer. Ja, ich würde gerne nochmal, ist es an jetzt? Ja? Ich würde gerne nochmal auf die... Wenn Sie es ein bisschen näher an den Mund halten, wird es besser. So, ja, ich probiere es. Ich würde gerne nochmal den Blick von uns allen auf die konkrete berufliche Bildung in den Werkstätten lenken. Hier sind jetzt ja auch so verschiedene Punkte nochmal angesprochen worden, auch die Frage Zusammenarbeit mit Eltern und, und, und. Und Sie werden sich nicht wundern, dass ich jetzt nochmal gerne die Fachkraft in den Fokus richten möchte, in unseren Blick, weil sie aus meiner Sicht eben wirklich ganz zentral dafür ist, dass das, was ja doch Konsens ist, nämlich hier die berufliche Bildung der behinderten Menschen zu fördern, dafür eben aus meiner Sicht eben wirklich ein ganz wichtiger Faktor ist, neben allen strukturellen Fragen. und da war eben auch ganz wichtig, dass man jetzt tatsächlich diese Aufgabe der Schnittstellenarbeit, das Thema Öffnung fiel heute mehrfach, die Aufgabe der Schnittstellenarbeit, der Zusammenarbeit mit den verschiedenen anderen Akteuren, die wir da im Feld haben, von den Integrationsämtern, von den Eltern, von den Schulen, mit den Betrieben, also dass das sehr in den Blickpunkt gerückt wurde und auch gesagt wurde, die Anforderungen sind jetzt eben auch andere, wir haben auch andere Personengruppen, hier wurden gerade die schwerstmehrfachbehinderten nochmal angesprochen, die Gruppe der Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, die jetzt zum Teil schon mit einer sehr hohen Qualifikation in die Werkstätten kommt, also auch hier wieder ganz andere Anforderungen sich stellen, auch die sind zu sehen, also nochmal auch mein Plädoyer, also bei allem Verständnis auch für den Wunsch, die zwei Jahre zu erhöhen, ich denke die Qualität der beruflichen Bildung ist ganz wichtig und wenn wir die stärken wollen, dann geht es eben in der Tat auch insbesondere darum, diejenigen zu stärken, die diese Aufgaben wahrnehmen und da denke ich kann auch an verschiedenen Stellen etwas dafür getan werden, dass das tatsächlich erfolgt, einerseits indem man den Fachkräften auch diese Qualifizierungsmöglichkeiten eröffnet, ganz konkret und indem man natürlich auch die Voraussetzungen dafür schafft, dass diese Tätigkeiten dann auch entsprechend ausgeübt werden können. Im Übrigen gilt das nicht nur für die Werkstätten, denn es ist natürlich eine Qualifikation, die wenn wir gerade darüber sprechen, Öffnung, dann geht es ja um die verschiedenen Bereiche, nicht nur die Öffnung der Werkstatt, sondern auch die Öffnung sozusagen der Welt von draußen, ob das jetzt Betriebe sind oder wer auch immer, dann gehört das natürlich auch dazu. Frau Schulz, welche Qualität von beruflicher Bildung wünschen Sie sich und wie kann diese hergestellt werden? Also ich muss jetzt zum einen mal sagen, das ist ja ganz witzig, dass ich jetzt hier auf dem Podium sitze, weil ich bin jetzt vor einiger Zeit in der Veranstaltung gefragt worden, warum ich Werkstatträtin geworden bin und konnte eigentlich nur die Antwort geben, ich habe eine fürchterliche Berufsbildungsmaßnahme hinter mir und habe dann danach beschlossen, so kann das nicht bleiben. Also, dass in der Berufsbildungsmaßnahme auch Berufsbildung tatsächlich vorkommt, finde ich ganz wichtig, dass man für viele Dinge mehr Zeit hat, mehr Einzelgespräche, fände ich gut und ich finde, dass man immer das Thema mit der Chancengleichheit von Mann und Frau einfach auch in der Werkstatt im Hinterkopf behalten muss. Da sind die Chancen nicht gleich. Ich weiß genau, dass meine männlichen Kollegen viel eher einen Staplerstand machen können, wie die weiblichen. Selbst wenn die, wenn die Frauen ja besser qualifiziert sind und jeden Tag nüchtern in der Arbeit erscheinen. Und das sind alles so Sachen, ja, darf man irgendwie nicht vergessen. Die nächste Frage, bitte. Ich möchte eigentlich noch mal ein Stück weit da drauf reingehen. Sagen Sie noch mal Ihren Namen, bitte, und woher Sie kommen. Immer noch Helmut Greiner. Ich komme immer noch von der Volkswagen AG, Schwerbehindertenvertretung. Ich finde das schon wichtig, was die junge Dame hier vorhin sagte und das, was Sie zuletzt sagten, diese Fachkraft. Ich glaube, wir brauchen nicht nur diese Fachkräfte irgendwo in den Behindertenwerkstätten, wir brauchen sie auch in den Betrieben. Wir brauchen sie ganz besonders dort, weil dort, wenn wir dort tatsächlich Menschen ausbilden wollen, und ich weiß, das geht, und es geht auch mit wirklich schweren Fällen, durchaus. Wir haben einige Fälle bei uns im Unternehmen, die wirklich schwierig sind, aber das funktioniert und das kann auch gehen. Und in Richtung ARGE, da würde ich mir in der Tat wünschen, es gibt mit Sicherheit total tolle und gute Menschen. Aber wenn so eine Vorbereitung, um jemanden in die Ausbildung zu bekommen, durchaus ein Jahr dauert, dann finde ich, dann passt da was nicht. Also auch da sollte man gucken, Fachkräfte da dran zu setzen, die nicht nur das Fach drauf haben, sondern auch die Sensibilität der Situation erfassen können. Ich glaube, das ist auch noch eine wichtige Größe. Da sollte man in der Tat hingucken. Und ich glaube, dann würde das auch funktionieren, weniger Kritik da an diesen Stellen zu bekommen. Dankeschön. Wer möchte antworten? Bitte, Frau Stratten. Also ich finde das sehr richtig, was Sie sagen und sehr wichtig. Das ist ja immer ein beiderseitiges Thema. Der eine bereitet sich vor auf einen Markt und der Markt muss ihn wollen. Also wenn beide Seiten nicht mitspielen, dann funktioniert das halt nicht. Und wird das auch unbedingt unterstützen. Und ich glaube, ein Hebel sind wirklich die Teilqualifizierungen, weil wir in der Welt, in der sonstige Bildung stattfindet, einfach mit Systemen vertraut sind. Und die Menschen, die dort arbeiten, werden sich nicht auf den Weg machen und ein anderes System lernen, sondern sie werden von denen, die zu Ihnen kommen, erwarten, dass sie ihre Sprache sprechen, dass sie Inhalte darstellen können, die sie gemacht haben, die sie einordnen können. Unserer Erfahrung nach ist es so, dass es eh schon eine Hürde ist, sich auf ein Experiment mit einem Menschen einzulassen, der nicht so ganz klassisch ist für die Firma. Jetzt müssen wir doch alles tun, damit alle anderen Themen, die auch noch kollidieren könnten, möglichst runterkommen von der Barriere her, damit es nicht noch aufwendiger wird. Kleines Beispiel, Lohngestaltung. Wenn wir einen Menschen mit einer Behinderung weiterqualifizieren und in der Arbeitswelt platzieren, müssen wir irgendeinen Tarifrahmen finden. Das ist aber dann nicht die Vollausbildung. Mir ist die Diskussion völlig bewusst, dass man kein Aushöhlen der klassischen Berufswelt will, auch gewerkschaftlich. Das ist ja unser aller Ziel nicht. Aber dennoch muss ich ihn adäquat finanzieren können, wenn ich mit dem Arbeitgeber, dem Potenziellen, schon anfange in Tarifverhandlungen einzusteigen für diesen Menschen, habe ich ja wieder eine Schwelle erhöht, zu dem, dass der sowieso schon so viel Besonderes mitbringt. Das muss uns gelingen, dass wir da irgendwie niederschwelliger werden. Und dann denke ich, ist es auf beiden Seiten einfacher, einen Übergang zu gestalten. Es muss einfach fair bleiben für alle Beteiligten. Da sehe ich auch wirklich noch politische Verantwortung, was zu tun an der Stelle. Die nächste Frage kommt auch von einem Wiederholungstäter, aber bitte noch mal die Vorstellung. Ja, Ferdinand Giese noch mal, Werkstattgeschäftsführer aus Lippstadt NRW. Wo ich Sie gerade schon sehe, Herr Nitschke, ein Vertreter der Bundesagentur für Arbeit, frage ich mal direkt. Es ist bei uns das Gerücht aufgetaucht, die BA würde nur noch Berufsbildungsbereich in eigenen Räumlichkeiten unterstützen und ausgelagerte Arbeitsplätze beispielsweise als berufsbildende Maßnahme nicht mehr akzeptieren. Vielleicht können Sie da kurz was zu sagen. Das kann ich kurz machen. Nein. Das war jetzt echt eine kurze Antwort. Da komme ich gar nicht so schnell zu meiner nächsten Frage. Herr Judith. Ich halte es für Sie fest. Also meine Frage wäre noch mal gewesen, wenn wir davon reden, Leute zu qualifizieren, dann reden wir wieder von Fachpersonal. Wie wäre es, Menschen mit Behinderung zu qualifizieren, um diese Sachen zu machen? Weil Vorbilder, Vorbilder ist das einzig Wahre, was ich glaube, was wir brauchen, um Menschen zu finden, die sozusagen das auch machen können. Zum Thema Arge, es wäre wirklich toll, wenn die Sachbearbeitung ein bisschen flexibler wäre und ein bisschen mehr die Menschen in der Beratung unterstützen könnte. Das wäre wirklich toll. Wir haben leider ganz viele Erlebnisse, die das Gegenteil zeigen, die es etwas kompliziert machen. Ich glaube, dieser Punkt ist angekommen. Frau Strathmann. Ja, also voll und ganz bei Ihnen. Also was kann denn noch authentischer sein, dass ein Mensch mit Behinderung qualifiziert einen anderen Menschen, damit er sich vorstellen kann, das zu werden, was der andere schon als Modell darstellt. Das ist ja unmittelbar plausibel, oder da brauchen wir nicht mehr groß zu reden. Und den Weg gehen wir auch sehr intensiv, auch in der Werkstattszene, beispielsweise mit so Konzepten wie Noeva, dass man einfach es schafft, das Qualitätsmanagement in die Hände von denen zu legen, die Qualität erleben und auch noch gleich Jobs draus zu machen für sie. Also ihr Kerngeschäft sozusagen zu machen, ist klasse, finde ich gut. Ist sicher noch ein langer Weg, aber total authentisch. Passt. Frau Vollmer. Eigentlich auch nur eine ganz kurze Antwort noch auf den ersten Punkt Ihrer Frage. Das sollte auch, denke ich, ganz selbstverständlich sein, dass dieses Qualifikationsprofil, für das ich werbe, dass das selbstverständlich nicht nur für nichtbehinderte Menschen gelten soll oder offen ist, sondern ganz bewusst natürlich für jeden und von daher selbstverständlich auch für Menschen mit Beeinträchtigung selbst und von daher auch ganz besonders offen angelegt worden ist. Auf jeden Fall. Nidre? Noch Ergänzungen? Gut. Frau Schulz. Ja, dann könnte ich auch noch gleich sagen, also als Ergänzung, wir haben uns, ich habe mich unter anderem deswegen ja auch für Frauenbeauftragte eingesetzt, weil ich einfach gesagt habe, erstens müssen Frauen die Möglichkeit bekommen, sich zu qualifizieren innerhalb der Werkstatt, aber sie können auch ein gutes Vorbild für andere wiederum sein. Weil das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung aus der Selbsthilfeszene, dass es immer sehr wichtig ist, wenn man auch mal jemanden trifft, der das auch irgendwie schon mal mitgemacht hat und da vielleicht aber schon ein Stück weiter ist und dass man auf jeden Fall auch spürt, es geht weiter. Das ist ja auch der Gedanke, der den Herr Judith bewegt hat, denke ich. Ein intensiver Aufschlag zum Thema berufliche Bildung. Haben Sie herzlichen Dank für diese Runde und ich hoffe, Sie haben noch Luft für das dritte Forum. Ich darf Sie verabschieden. Dankeschön. Das dritte Forum an diesem heutigen Montag. Ich darf zu mir bitten, Andreas Sperlich, Geschäftsführer Union Soziale Einrichtungen. Jürgen Thewes ist da, Vorstand der Werkstatträte in Deutschland. Thomas Keller, Sie können sich setzen, wohin Sie möchten. Wir haben, wie gesagt, keine Sitzordnung. Und Thomas Keller ist Geschäftsführer der Hoffnungstaler Werkstätten. Herzlich willkommen, auch Ihnen drei. Herr Sperlich, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel Privates, aber wie wichtig Ihnen dieses Thema ist, das erkennt man unter anderem daran, dass Sie Ihren ersten Urlaubstag heute dafür nutzen, hier zu sein. Herzlichen Dank dafür noch mal. Wie, richtig, hat einen Applaus verdient. Wie definieren Sie denn die Rolle der Werkstatträte heute und wie soll diese Rolle in Zukunft aussehen? Ja, wir haben ja seit Beginn dieses Jahres ja eine neue Mitwirkungsverordnung, die wir jetzt mit, oder ergänzte Mitwirkungsverordnung, die wir mit Leben erfüllen wollen. Und erfreulicherweise ist die Stellung der Werkstatträte darüber ja schon eindeutig gestärkt worden. Ich selbst als Geschäftsführer einer Werkstatt schätze den Austausch mit meinem Werkstattrat sehr, weil er einfach unglaublich viele Impulse für unsere Arbeit gibt. Und wir mit dem, was wir dort hören, was auch Herr Judith ja heute mehrfach angemahnt hat, auf die Menschen zu hören, was sie denn wollen, das dann auch in unsere tägliche Arbeit umsetzen können. Und da schwingt gleich so ein bisschen Kritik eigentlich auch an der Mitwirkungsverordnung mit, aus meiner Sicht, weil sie ist mir ehrlich gesagt zu weich. Sie bringt mir noch viel zu viele Unsicherheiten für die Zusammenarbeit zwischen den Werkstatträten und den Geschäftsführungen oder Werkstattleitungen mit sich, weil häufig von sollen, kann, die Rede ist, ich würde mir viel klarere Regelungen wünschen, damit wir dann im Austausch mit den Werkstatträten darüber nicht Diskussionen führen müssen. Und gleichzeitig finde ich, dass die Mitwirkungsverordnung zu wenig sagt oder den Werkstatträten mitgibt, wie sie ihre Rechte umsetzen können. Ich nehme in der Arbeit mit den Werkstatträten sowohl auf Landesebene, ich bin noch ein LRG-Vorsitzender, aber auch in unserer Werkstatt war, dass es eine hohe Unsicherheit gibt. Wie finde ich meine Vertrauensfrau oder meinen Vertrauensmann? Wie kann das alles geregelt werden? Wie werden sozusagen die entsprechenden Personen weiterqualifiziert? Viele dieser Rechte sind auch so komplex, dass Werkstatträte oft Schwierigkeiten haben, sie umzusetzen. Und da würde ich mir eine deutliche Stärkung wünschen. Wir können das leisten, klar. Wir sind da aufgerufen, das zu unterstützen, sind aber gleichzeitig auch immer in so einem Interessenkonflikt, weil wir wollen den Werkstattrat ja stärken, dass er seine Interessen und nicht unsere Interessen wahrnimmt. Und wenn diese Aufgabe wieder zu einem großen Teil auf die Werkstätten übertragen wird, sehe ich da in gewisser Weise einen Interessenkonflikt. Aktive Werkstatträte im Betrieb, das ist unser Thema ja natürlich in diesem dritten Forum. Arbeitsleben gestalten und die Rechte der Beschäftigten schützen. Herr Thewes, was bedeutet das für Sie? Wie soll das aussehen nach Ihren Vorstellungen? Also wichtig ist, dass die Werkstatträte auch unterstützt gehen. Wie er gerade sagt, ich finde das sehr gut, wenn Geschäftsführer das machen. Es kommt ja jetzt auch noch die Frauenbeauftragte dazu. Und man kann das sehr leicht machen. Viele kennen auch das Nutzen, was der Werkstattrat auf Bundes- oder Landesebene an Know-how kennenlernt. Man ist eben auch eine Fachkraft, wie der Herr Judith gesagt hat. Also Werkstatträte, glaube ich, haben sogar vielleicht das eine oder andere mich, weil sie jeweils sind, weil sie von den Kollegen die Seite kennen und die Seite von der Mitarbeiter oder auch die Geschäftsführung. Sie kennen also viele Seiten, wo sie die Erfahrung mit inbringen können. Herr Keller, Sie haben ein Konzept schon entwickelt, wie das aussehen kann oder eine Idealvorstellung schon entwickelt, wie das aussehen kann. Und die wollen Sie uns jetzt hier heute auch vorstellen, oder? Also ich habe das nicht entwickelt, aber die Diakonie hat eine Werkstättenmitwirkungsverordnung, die gibt es schon seit 2004. Mitwirken verändert. Und wir sind uns schon damals darüber einig gewesen, dass nur dann, wenn unsere Werkstattbeschäftigen auch wirklich aktiv im Unternehmen mitwirken und ihre Interessen einbringen, sie auch in ihrem Sinne das Unternehmen mitgestalten können. Und es hat aber auch noch einen zweiten Akzent, nämlich nur wer mitwirkt, versteht auch, wie komplex manche Fragestellungen sind. Da gibt es nicht immer ein Schwarz und ein Weiß, da gibt es nicht immer ein Ja und ein Nein, sondern oft sind es die Zwischenstufen und vor allen Dingen der Abstimmungsprozess. Und das halten wir für sehr, sehr nötig. Im Übrigen hatte die Diakonie ja so eine kleine Misere. Wir sind ja so ein Sonderling in der Erwerbswirtschaft. Wir sind nämlich eine Dienstgemeinschaft. Diakonische Unternehmen bilden eine Dienstgemeinschaft, haben dann auch so ein paar Sonderrechte. Es gibt also keine Betriebsräte in dem Sinn, sondern Mitarbeitervertretung. Und in dieser Dienstgemeinschaft arbeiten eben Menschen mit und ohne Binderung zusammen. Und es gab für die Personalmitarbeiter immer die Mitarbeitervertretung, aber für die Beschäftigten gab es eben nichts. Und deshalb ist schon 2004 die Mitwirkungsverordnung für Werkstätten entstanden und in Kraft gesetzt worden. Und sie ist jetzt nochmal nach dem Bundesteilhabegesetz aktualisiert worden, ganz aktuell zum 1.6. Ich habe nur ein ganz kleines Extrakt mal mitgebracht, dass diejenigen, die das noch nicht gesehen haben oder nicht kennen, einfach mal gucken oder einfach mal draufschauen können, was die aussagt. Also sie merken, dass ganz vieles, was im § 222 im Bundesteilhabegesetz geregelt ist, hier schon vorkommt. Also die Werkstätträte sind gewählte Organe, vertreten ihre Rechte aktiv in der Werkstatt. Dann sind unten eben auch Zahlen, in welcher Größenordnung das einzusetzen ist. Und es ist vor allem der letzte Satz auf diesem Chart ein ganz entscheidender. Es ist wichtig, sich gegenseitig dort bei der Erfüllung der Aufgaben zu unterstützen. Also den gleichen Anspruch, den wir auch an unsere Mitarbeitervertretung haben. Da sieht man es. Jetzt müsste es noch eins weitergehen. Geht das irgendwie? An ist es? Das nächste Chart? Aha. Ne. Ne, da sind wir jetzt wieder zurück. Also wenn die Bildschirme dunkel werden, müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Oh, das ist natürlich sehr klein. Aber Sie sehen... In der Tat. Ja. Ich kann das aber auch zur Verfügung stellen, wenn man das hinterher vielleicht noch sich runterladen möchte. Sie sehen aber oben in der Überschrift, sehen Sie im Grunde genommen schon drei wichtige Vokabeln. Also der Werkstattrat und es gibt Mitbestimmung und Mitwirkungstatbestände. Und ich meine, da ist schon ganz viel geregelt. Also Mitwirkung heißt natürlich, ich werde gehört und bringe mich mit ein. Aber der Begriff Mitbestimmung ist schon doch sehr deutlich und sehr konkret gefasst. Das sind Dinge, da kann eine Geschäftsführung nicht mehr ohne Zustimmung des Werkstattrates etwas entscheiden. Ich will mal eine kleine Anekdote erzählen aus unserem eigenen Unternehmen. Wir waren so verrückt und hatten 2010 die Idee, aber auch die Notwendigkeit, unsere Landwirtschaft weiterzuentwickeln und haben eine eigene Molkerei gebaut. Und mit diesem Molkereineubau auch eine eigene Marke, eine eigene Linie entwickelt und sind sozusagen mit Milchprodukten in den Markt gegangen, machen heute den leckersten Joghurt hier in der Region und auch darüber hinaus. Und wir mussten mit unseren Mitarbeitenden und mit unseren Werkstattbeschäftigten darüber sprechen. Und da gab es eben unterschiedliche Reaktionen. Zum einen das Einführen eines solch völlig neuen Zweiges. Alle Gesetzmäßigkeiten der Werkstätten funktionierten natürlich nicht, weil der Berufsbildungsbereich für die Leute, die dort in Frage kamen, schon lange hinter sich lag, man gar keine Möglichkeit hatte, einen neuen Ausbildungszweig zu gehen. Wir haben dann versucht, mit der IHK, mit ortsansässigen Unternehmen, die vergleichbar sind, etwas Eigenes zu entwickeln, haben unsere Leute geschult. Wir haben diese Molkerei gebaut und wir haben vor allen Dingen mit unseren Beschäftigten darüber reden müssen, dass wir künftig im Zweischichtsystem arbeiten. Das ist etwas, was in jeder anderen Molkerei was ganz Normales ist. Die arbeiten sogar im Dreischichtsystem. Aber das sind Dinge, wenn wir Normalität, wenn wir ortsübliche Arbeitsbedingungen haben wollen, dann müssen wir uns diesen Sachen öffnen. Und bei diesem Projekt ist mir nochmal so deutlich geworden, wie wichtig das ist, dort miteinander zu sprechen und miteinander auch konkrete Abstimmungen treffen zu können, weil sonst gelingt das nicht. Sonst bleibt man auf einem Niveau, was es immer gab. Ja, und dann kommt ein Punkt, den kennen Sie sicherlich auch. Es gibt Streitigkeiten. Manche Themen lassen sich eben nicht nur im Dialog und im Miteinander klären und auch dazu sagt die Diakonie-Mitwirkungsverordnung klare Linien. Diese Schlichtungsstelle muss aus drei Personen bestehen. Einer natürlich Werkstattrat, einer Geschäftsleitung und dann noch eine neutrale. dritte Person, die Mitglied einer christlichen Kirche sein muss. Es ist sehr konkret auch geregelt, dass sowas nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben ist, sondern innerhalb von zwölf Tagen ist ein Spruch zu treffen. Und es muss sozusagen dieser Spruch dann auch in der Praxis gewürdigt werden. Der Werkstattrat hat umfangreiche Unterrichtungsrechte erhalten, die auch wahrgenommen werden bis hin, dass eben auch wenn Personalmitarbeiter wechseln oder neu eingestellt werden, dort eine Information und eine Unterrichtung des Werkstattrates erfolgt. Ja, das Zusammenspiel aller Beteiligten ist das Entscheidende. Und ich kann nur sagen, wir haben das jetzt über zehn Jahre und wir sind immer noch Lernende. Also wenn Sie das machen, kann ich nur sagen, das dauert Zeit. Und man braucht wirklich einen langen Atem und immer wieder den positiven Ansatz und den Willen, dieses voranzubringen. Vielen Dank, Herr Keller. Ihre Präsentation erinnert mich daran, dass ich dringend einen Termin mit dem Optiker meines Vertrauens machen sollte. Nochmal herzlichen Dank. Ich darf Yvonne Hasse begrüßen, die sich jetzt aber in die Mitte der Reihe gesetzt hat. Das macht aber gar nichts. Ich komme trotzdem zu ihr. Wenn Sie mich einmal durchlassen, wäre das ganz freundlich. Dankeschön. Werkstatträtin und Frauenbeauftragte kommt aus Baunertal. Und sie wird unterstützt von Ricarda Kluge. Auch Sie herzlich oder Ihnen herzlich willkommen. Beide arbeiten auch bei Weibernetz zusammen. Das ist ja ein Verein, der vielen von Ihnen bekannt sein dürfte. Schildern Sie doch einfach kurz Ihre Eindrücke vom Thema. Ich darf Ihnen mal das Mikro geben. Genau. Yvonne, warum sind denn Frauenbeauftragte eigentlich wichtig? Frauen werden oft benachteiligt. Das gilt auch für Frauen in Werkstätten. Sie bekommen zum Beispiel weniger Geld als Männer. Frauen werden oft nicht ernst genommen und sie können oft nicht selbst über ihr Leben bestimmen. Frauen erleben oft Gewalt. Jetzt haben wir ja die glückliche Situation, dass die Frauenbeauftragten in der WMVO festgeschrieben sind. Meine Frage wäre übrigens, ob sie in der diakonischen Werkstätten- Mitwirkungsrollen auch stehen. Sehr gut. Yvonne, es gibt ganz viele Infos in der WMVO zur Arbeit der Frauenbeauftragten. Das ist ja ein ganz neues Thema. Du hast ganz schnell die wichtigsten Punkte zusammengetragen. Jede Werkstatt muss eine Frauenbeauftragte haben. Die Frauenbeauftragte kann bis zu drei Stellvertreterinnen haben. Das hängt ganz von der Größe der Werkstatt ab. Die Frauenbeauftragte müssen für ihre Arbeit freigestellt werden. In Werkstätten kann die Frauenbeauftragte sogar eine volle Freistellung bekommen. Jede Frauenbeauftragte hat das Recht auf eine Unterstützerin. Die Frauenbeauftragte darf sich die Unterstützerin selbst aussuchen. Die Frauenbeauftragte muss gut mit dem Werkstattrat zusammenarbeiten. Die Frauenbeauftragte darf bei Sitzungen dabei sein. Die Frauenbeauftragte muss gut mit der Werkstattleitung zusammenarbeiten. Die Werkstattleitung muss mindestens einmal im Monat eine Besprechung mit der Frauenbeauftragten machen. Die Frauenbeauftragte muss alle wichtigen Infos bekommen. Bei Problemen mit der Werkstattleitung kann die Frauenbeauftragte eine Vermittlungsstelle dazu holen. Genau, das vielleicht ganz kurz. In der WMVO stehen noch sehr viel mehr Informationen. Ich verweise da auf die tolle Broschüre von Werkstatträte Deutschland, die die wichtigsten Informationen in leichter Sprache zusammengestellt haben. Frauenbeauftragte sind ganz neu in den Werkstätten. Jetzt ist die spannende Frage, wie kann es umgesetzt werden in der Praxis und wie können die Frauen tatsächlich auch Arbeitsbedingungen bekommen, dass sie ihr Amt auch wahrnehmen können für die Frauen. Das werden wir ganz genau beobachten und auch mit den Frauen in Austausch bleiben und allen Frauen Mut machen und wir würden gerne mit ihnen gemeinsam ein starkes Netzwerk für Frauenbeauftragte aufbauen. Vielen Dank, Yvonne Hasse und Ricarda Kluge. Ich habe schon eine erste Frage gesehen und schleiche mich mal von hinten an, versuche auf keine Füße zu treten. Wenn Sie sich kurz vorstellen. Ich halte das Mikro für Sie fest. Ich bin Marita Altschede, komme aus Lüppeker Werkstätten und ich habe die Frage, bei den Frauenbeauftragten, ist das regelmäßig bei den Werkstatträten, dass sie zusammensitzen? Und ich bin ja auch in der LAG tätig. Ist das auch möglich, ob die dann auch regelmäßig zusammensitzen, wenn wir ein Treffen haben? Wer mag diese Frage beantworten? Also ich glaube, es ist ja klar geregelt, dass die Frauenbeauftragten in den Werkstätten an den Sitzungen des Werkstattrates teilnehmen sollen. Und ich glaube, auch auf LAG und BAG-Ebene müssen wir es organisieren. Ich weiß nicht, ob es da erste Gedanken schon beim Werkstatträten in Deutschland gibt. Ich will aber noch auf einen Aspekt hinweisen, was die Frauenbeauftragten betrifft. Es ist natürlich sehr gut, dass das mit aufgenommen worden ist in das Gesetz. Nur wir hatten sofort in der Werkstatt die Diskussion, was denn mit den anderen benachteiligten Gruppen ist, wie die vertreten werden. Also die Gruppen der Schwulen und Lesben und sonstiger benachteiligter Gruppen. Und wir werden natürlich in der USA eine Frauenbeauftragte wählen, aber wir haben uns entschieden, ein inklusives Gleichstellungsteam zu bilden. Aus Menschen mit und ohne Behinderung, die all diese Personengruppen vertreten, weil wir glauben, dass das zu kurz gesprungen ist. Herr Tevers, es war noch gefragt, die Perspektive von Werkstatträte Deutschland zu diesem Thema. Ja, also wir haben uns mit den Weibern getroffen und die haben auch gesagt, sie möchten die Strukturen, aber die müssen ja erst aufgebaut werden, zumal ja jetzt erst die Frauenbeauftragte gewählt werden. Und sie hat es so schön angesprochen, unsere Broschüren liegen ja noch draußen, wer sich auch informieren will, wie wir die Frau beauftragen, ist ja noch Infos da. Informieren kann man sich auch durch weitere Fragen. Wo sind noch weitere Fragen? Dann komme ich noch mal zu Ihnen. Bitte. Ja, mein Name ist nochmal Brigitte Heuss. Ich habe nochmal eine andere Frage. Der Erfolg kommt doch auch aus dem Elternhaus, wenn die Jugendlichen die Behinderten lernen. Das heißt doch, dass die schon angespannt werden durch ihre Eltern, dass die besser werden, dass die mal lernen, das alles zu begreifen. Also mehr Förderung zu Hause. Ja. Herr Keller. Ja, also das wäre ein Glücksumstand, wenn es so wäre. Leider ist es nicht in allen Elternhäusern so. Aber Sie haben natürlich in einem Punkt vollkommen recht. Es reicht nicht nur in einer Werkstatt diese Bildung anzubieten, sondern es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Und das geht im Schulsystem los. Das geht aber auch in zusätzlichen Angeboten, die man wahrnehmen kann nach der Arbeit weiter. Und natürlich im Idealfall ist es so, dass es vom Elternhaus auch befördert wird. Die nächste Frage bitte von Ihnen. Also ich bin der Mirko aus Cottbus, Werkstattvorsitzender und Mitgliedervorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Brandenburg. Meine Frage wäre, wer finanziert denn die Frauenbeauftragte? Denn in den Werkstätten, die muss ja erst geschult werden. Das sind jetzt unsere Fragen, ja. Die Frage nach der Finanzierung. Naja, zu Brandenburg kann ich sagen, dass es da ja vom Land Unterstützung gab. Das Land hat ja diesbezüglich Mittel zur Verfügung gestellt, dass es dort eine Ausbildung gibt. Insofern ist, sage ich mal, der Anschub gegeben. Aber nachher ist auch die Frauenbeauftragte wie eben der Werkstattrat Bestandteil der Werkstatt, Organ der Werkstatt. Und es wird ja auch nicht gefragt, wer finanziert die Geschäftsleitung oder wer finanziert die Mitarbeitervertretung, sondern das ist eine Aufgabe, die gehört zum Unternehmen. Und das sind unternehmensübliche Kosten, die auch dann mit dem Kostenträger abzustimmen sind. Bitte. Ja, es ist aber doch ein Vertreter von Bargüse und von der BAG, äh, nicht BAG, BMAS da. Die können es vielleicht auch genauer sagen. Wo denn? Herr Schell ist da zum Beispiel. Ah, okay. Von der Bargüse müsste auch noch einer da sein. Geben Sie dem Kollegen an den Reglern eine Sekunde Zeit. Jetzt bitte. Gut. Also die Finanzierung der Frauenbeauftragten ist seit dem 1. Januar, also ich muss mich mal eben vorstellen, Hans-Peter Schell, Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Ich bin in der Abteilung von Herrn Dr. Schmachtenberg Mitarbeiter und war an der Weiterentwicklung der Werkstättenmitwicklungsverordnung mitbeteiligt. Es ist in der Mitwirkungsverordnung geregelt, Frauenbeauftragte in jeder Werkstatt die Rechte der Frauenbeauftragten, das heißt also auch die Rechte auf Schulung und die Kosten für die Schulungen und für die Freistellungen haben die Werkstätten zu tragen. Da muss es keinen Vorlauf geben von Ländern, sondern die Werkstätten haben mit die Kosten zu tragen, wie ja auch für die Schulung der Werkstatträte. Und die Werkstätten schließen mit den Trägern der Eingliederungshilfe eine Leistungs- und eine Vergütungsvereinbarung. Das heißt, die Werkstätten bleiben nicht auf den Kosten sitzen, sondern haben einen Anspruch auf Finanzierung dieser Kosten durch die Leistungsträger. Und das ist ein durchsetzbarer Anspruch. Erst einmal ein Anspruch der Frauenbeauftragte gegen die Werkstatt und ein Anspruch der Werkstatt gegen den Kostenträger. Also andersrum gesagt, eine Werkstatt könnte nicht sagen, wir können keine Schulungen durchführen oder wir können sie nicht zu Schulungen schicken, weil wir das nicht wiederbekommen. Die Reihenfolge ist eine andere. Die Frauenbeauftragte hat den Anspruch, die Werkstatt hat den Anspruch gegen den Kostenträger. Vielen Dank. Die nächste Frage, bitte. Ja, mein Name ist Gerhard Wessels. Ich bin Vorstand der Gemeinnützigen Werkstätten Oldenburg. Meine Anregung zur Mitwirkungsverordnung wäre nicht nur Unterrichtung des Werkstattrats bei der Einstellung des Personals, sondern Beteiligung und Mitbestimmung. Und also wir machen das seit Jahren und haben da nur gute Erfahrungen mit. Und ich würde mal gerne hören, wie die Kollegen, aber auch Herr Schummer zu diesem Thema stehen. Bitte. Ich finde das Thema gut. Wir diskutieren das mit unserem Werkstattrat auch, wie wir das jetzt strukturell umsetzen. Da ist wieder so ein bisschen das Thema, wie unterstützen wir Werkstätten, dass sie ihre Rechte da auch durchsetzen können. Bin da völlig bei Ihnen. Wir haben es aber noch nicht vollumfänglich umgesetzt bei uns. Und würde mir aber eben auch wünschen, dass diese Themen verbindlich geregelt werden, damit diese Diskussionen endlich aufhören. Sekunde warten, dann ist das Mikro auch offen. Eins, zwei, ja jetzt ist es da. Ja, es wurde ja eben sehr gut formuliert, nachgesetzt ist vor dem Gesetz. Und das ist der Grund, weshalb wir hier beieinander sind. Wir haben jetzt beim Bundesteilhabegesetz, das den Prozess starten soll. Haben wir einen Schwerpunkt gelegt auf bestimmte Themen, die Stärkung auch der Schwerbehindertenvertretungen in den Betrieben, beispielsweise in der Stärkung der Werkstatträte, die Frauenbeauftragten einzuführen, nach einem Modell jetzt flächendeckend. Das war uns wichtig, Mitbestimmung bei den Einkünften in den Werkstätten dann auch durchzusetzen. Und andere Themen, die auch hier eben, wie Budget für Arbeit, Beratung. Aber wir sammeln jetzt im Grunde für das nächste Kapitel des Bundesteilhabegesetzes. Wie können wir dann das Recht auch der Werkstatträte weiterentwickeln und dann auch konkretisieren? Und wenn die Verbände, die Träger der Werkstätten, da auch hilflich sind, so wie bei der Diakonie, auch gute Vorbilder offenkundig entwickelt wurden in der Vergangenheit, dann werden wir das in der nächsten Legislaturperiode konkretisieren und weiterentwickeln. Deshalb sind wir heute miteinander zusammen. Ich glaube, daraus ergeht ein klarer Arbeitsauftrag. Die nächste Frage, bitte. Ich hatte für Sie festgegangen. Also mein Name ist Thorsten Schäffler, ich komme aus Schleswig-Holstein. Und meine Frage ist eigentlich, es wird hier von Frauenbeauftragten geredet. Jetzt ist bei uns in der Werkstatt das Rätsel, wir sind hier mehrere Außengruppen. Also wir haben sehr viele Außengruppen. Jetzt ist das Problem, wenn wir jetzt nur eine Frauenbeauftragte haben, ist sie denn für die ganzen, ja, das ist aber schlecht. Wie soll sie das an einem Tag schaffen, wenn mehrere Probleme aufeinander kommen? Ja. Also erstmal würde ich mir natürlich wünschen, dass die Probleme nicht so groß sind, dass die Frauenbeauftragte an einem Tag an mehreren Orten sein muss. Aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, für mich greift das Thema eine Frauenbeauftragte in einer Werkstatt ein bisschen zu kurz. Wir versuchen das mit einem Gleichstellungsteam zu lösen, mit vier Personen, zwei Menschen mit und zwei ohne Behinderung, also inklusiv. Und hoffen, dass wir darüber dann auch mehr Power haben, Probleme, die da sind, dann entsprechend auch zeitnah lösen zu können. Ist das ein Vorschlag, mit dem Sie was anfangen können? Gut, wunderbar. Ich muss mal die Seite wechseln, sonst werde ich nachher geschimpft, weil ich mich nur auf der einen Seite aufgehalten habe. Bitteschön. Ich wollte da noch was zu hin sagen. Es gibt auch gute Werkstätten, wo Werkstatträder auch mehr zu sagen haben, wie in der WMVU. Zum Beispiel auch in Sindelfingen gibt es eine, da hat der Werkstattrat überall Mitspracherecht. Und es ist nett, dass sie wirtschaftlich bankrott gegangen sind oder sonst was. Also sie haben nachher Vorteile nutzen können. Jetzt bin ich hierher gekommen, jetzt ist hier keine Frage. Das finde ich aber enttäuschend. Dann gehe ich wieder. Ja, ich würde dann vielleicht auch noch mal einen Satz zu Ihrer Frage sagen mit der Zergliederung. Das geht uns in Brandenburg auch so. Wir haben elf Betriebsstätten und dort ist es eben so, da kann man gar nicht überall eine Frauenbeauftragte haben. Also eine Frauenbeauftragte, die sozusagen diese Interessen noch mal bündelt. Die Diakonie Werkstättenmitwirkungsverordnung sagt, dass jede separate Werkstatt in jedem Fall auch einen Vertreter zu entsenden hat. Und es ist auch bei besonderen Personengruppen von dieser besonderen Personengruppe einen Vertreter mit zu entsenden. Also zum Beispiel eine Werkstatt mit überwiegend psychisch behinderten Menschen hat eben dann auch einen extra Vertreter. Und es ist dann schon eine recht bunt gemischte Truppe dieser Werkstattrat. Neun Vertreter sind das bei uns. Und wir lernen gemeinsam, wie bestimmte Sachen dann auch abgestimmt werden. Und da ist es dann auch eine Frage des Einübens, wie man diese wichtigen Themen, die aus unterschiedlicher Sicht ja immer auch Priorität haben, so miteinander abstimmt, dass dann ein gemeinsames Ganzes rauskommt. Eine Wortmeldung aus der Mitte. Ja, Hubert Hüppe, Bundestagsabgeordneter. Ich hatte noch mal eine Frage an Herrn Thewes. Was machen Sie, wenn Sie was nicht durchgesetzt bekommen? Also wenn die Werkstatt sagt, ja, ist ja schön, dass du das forderst oder Sie das fordern, aber machen wir trotzdem nicht. Was machen Sie dann? Also ich bin ja nicht auf den Mund gefallen. Und ich klar mache, dass ich es meistens durchkriege. Aber sollte der Fall nicht sein, es gibt ja auch noch seit Neurem eine Schlichtungsstelle, die bindend ist. Vielleicht kann der Herr Schmaus noch zu der Rede reden. Aber hier stand ja gerade nicht, dass es bindend ist, sondern sie ist zu berücksichtigen. Das heißt, glaube ich nicht, dass es rechtsverbindlich ist. Das heißt, wenn die jetzt trotzdem ist, vielleicht sind ja nicht alle Kollegen so gut mit dem Mundwerk wie Sie. Gibt es bei uns auch unterschiedliche Talente. Und jetzt könnte es ja mal sein, dass jemand sagt, so, das klappt alles nicht und ich fühle mich von allen überfahren. Und so. Und jetzt möchte ich das trotzdem machen. Und da habe ich ja einen Mitbestimmungsrechtsstand jetzt links. An wen kann ich mich wenden? Ich kann ja nicht vor Gericht gehen oder so, sondern an wen würden Sie sich dann wenden oder was würden Sie Ihren Kollegen fragen? Also er kann sich an die Kollegen bei der LAG, der Werkstatträte bitten, beziehungsweise bei der Werkstatträte Deutschland. Und mir wird ein Versuch, es helfen. Mir wird auch wahrscheinlich eine Einigung mit der BRG vielleicht auch finden. Bitte, Herr Sperlich. Und dann haben wir hier nochmal Fachexpertise aus dem Arbeitsministerium. Ja, Arbeitsministerium. Entschuldigung. Also da vielleicht noch ein Hinweis für die politische Arbeit für in der nächsten Legislatur. Es wäre halt schön, an der Stelle auch die Rolle und Funktionen der Vertrauensleute zu stärken. Weil ich glaube, die können da eine ganz wichtige Rolle in der Unterstützung der Werkstatträte spielen, sind aber ja häufig, auch wenn jetzt externe Vertrauensleute genommen werden können, ja häufig selbst Mitarbeiter der Werkstatt. Und sind auch oft wie Betriebsräte auch in so einem Interessenkonflikt. Also die Position der Vertrauensleute da zu stärken. Und das wäre, glaube ich, gut, um diese Interessen dann letztendlich auch noch besser durchsetzen zu können. Und im Übrigen glaube ich schon, dass man es auch vor Arbeitsgerichten vorhanden lassen kann. Bitte schön. Ich kann das Mikro für Sie halten. Dann haben Sie beide Hände für den Text. Nehmen Sie das nicht so nah. Okay. Also ich möchte mal eine Sache ganz klarstellen, dass das Wesentliche, das Wesentliche Neue an der Werkstättenmitwirkungsverordnung ist, dass in den Angelegenheiten der Mitbestimmung nicht etwa die Vermittlungsstelle zu berücksichtigen ist, sondern die Vermittlungsstelle abschließend entscheidet. Dann hat sich die Werkstatt auch an das Votum der Vermittlungsstelle in Fällen zu halten, wo es ihr nicht gefallen würde. Sicherlich kann die Werkstatt, ich weiß es nicht, wie es bei der Diakonie ist, ob die Diakonie da weiterhin vorbildlich ist, wie in der Vergangenheit, sowohl die Werkstatt als auch der Werkstattrat können gegen eine Entscheidung der Vermittlungsstelle, die ihnen nicht angenehm ist, natürlich seit 1996 eigentlich schon, aber da gab es ja nur die Mitwirkung, die Arbeitsgerichte anrufen. Und die Arbeitsgerichte sind in den Angelegenheiten der Mitwirkung im Beschlussverfahren zuständig. Die Werkstatträte haben die gleichen Rechte wie Betriebs- und Personalräte in den Betrieben, nämlich die Arbeitsgerichte anzurufen. Da muss man also nicht den Kollegen von der LAG um Hilfe bitten. Das wäre der falsche Rechtsweg. Möglicherweise ist dann auch die Frist abgelaufen, innerhalb der eine Klage beim Arbeitsgericht erhoben werden müsste. Also ganz klarer Text. In den Angelegenheiten der Mitbestimmung Bestimmung, Entscheidung der Vermittlungsstelle, Beschlussverfahren, Arbeitsgericht. Nur dann muss man natürlich den Mut im Rücken haben, auch vor das Arbeitsgericht zu gehen. Selbst wenn man dann immer wieder hört, wir sehen uns ja noch mal wieder, wir müssen ja auch künftig noch zusammenarbeiten. Den Mut kann der Gesetzgeber nicht nehmen. Das Gesetz kann nicht in Fettbuchstaben doppelt so groß geschrieben werden. Das gibt es heute schon. Und das Gesetz kann dann von den Betroffenen in Anspruch genommen werden. Aber wir müssen an dieser Stelle ja nicht vor Gericht, sondern wir haben ja Jürgen Thewes. Herr Thewes, lassen Sie es uns doch noch mal ein bisschen konkreter machen, wenn Sie sagen, Sie sind nicht schlecht zu Fuß mit dem Mund. Was haben Sie denn durchgesetzt oder was haben Sie erstritten? Wo gab es eine Situation, wo Sie gesagt haben, ach jetzt muss ich aber mal ran? Also wir haben einige Vereinbarungen, die wohl nicht in der WMVO stehen, die haben wir schon im Voraus gemacht. Viele Sachen vor Ort, wo wir jetzt erst gekommen sind. Also Ideen auch viel, wo die Werkstatt spezifisch sind. Ja, außerdem kann man ja auch die Schlichtung stellen, zum Beispiel der Elternbeirat vorschlagen, der wird die Firma nicht ablehnen und der steht bestimmt auf der Seite des Werkstattrates. Also weil es um ihre Kinder geht. Also wo ist denn da ein Nachteil der Tasche? Gibt es noch weitere Fragen? Dann komme ich noch mal zu Ihnen. Auch die können Sie gerne machen, wenn ich mit dem Mikrofon bei Ihnen bin. Und zwar, ich habe eine Anmerkung, was der Bundestagsabgeordnete Uwe Schumann zweimal gesagt hat. Mein Name ist Helmut Ratzkopf. Ich bin Mitglied des CDU-Kreisverbandes Berlin-Mitte und des Evangelischen Arbeitskreises der CDU-CSU seit einigen Jahren. Es ist ja auch eine Veranstaltung der CDU-CSU-Bundestag. Und ich wollte sagen, was der Herr Schumann gesagt hat, ergänzend, dass die Gesamtthematik in der Tasche der CDU-CSU, nicht nur die Legislaturperiode, sondern die CDU wird das auf ihre Tasche weiterhalten, weil das ist eine entscheidende Frage der christlichen Soziallehre. Da hat die Herr Schumann ein Buch mal drüber rausgegeben vor einiger Zeit. Vielen Dank für diese Anmerkung. Dankeschön. Meine Herren. Wenn ich Sie jetzt noch mal zum Schluss dieser Runde nach Ihren Wünschen frage, was wünschen Sie sich bezogen auf unser Thema in diesem dritten Forum? Ja, ich glaube, ich habe es ja schon in meinem Eingangsstatement gesagt und bin ja froh, dass die Bundestagsabgeordneten gesagt haben, nach dem Gesetz ist vor dem Gesetz. Also ich glaube, wir haben da viel weiter zu entwickeln, zu konkretisieren. Vieles wird, glaube ich, auch in der Arbeit erst klar. Keiner ist in der Lage, solche komplexen Gesetze, ob es Bundesteilhabegesetz ist, aber auch dann die Mitwirkungsverordnung immer im Voraus schon im Detail zu überblicken und bestimmte Dinge sind weiterzuentwickeln, vielleicht auch zu korrigieren. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Sie dranbleiben an diesem Thema, an diesem Thema, aber insgesamt an den Themen, die wir heute hier besprochen haben, weil es einfach für die Menschen in den Werkstätten wichtig ist. Wir gucken ja immer so sehr auf die Ränder, also auf die, die vermeintlich rausgehen und vermeintlich die, die nicht reinkommen. Aber wir waren uns ja einig, es werden einige in den Werkstätten bleiben und ich glaube, wir müssen auch für die etwas tun, weiterentwickeln. Und dazu sagt das Bundesteilhabegesetz leider sehr wenig. Herr Thewes, was wünschen Sie sich? Also wie er gerade gesagt hat, nicht nur die, die raus möchten, es gibt ja auch nach wo noch gar nicht rein dürfen in die Werkstatt. Also Inklusion geht ja in beide Richtungen und das sollte man auch bitte berücksichtigen. Also es gibt ja auch nicht nach wo in die Werkstatt sind, auch gerne, wo er rein möchte. Die kann man ja auch gerne aufnehmen. Beziehungsweise auch jedem die Chance geben, wo er raus möchte. Herr Keller, auch Sie haben einen Wunsch frei in dieser Runde. Das ist schön. Also ich wünsche mir starke Werkstatträte und vor allen Dingen auch sprachfähige Werkstatträte. In vielen Runden höre ich die Argumente, warum verdienen wir nicht das, was man als Mindestlohn in Deutschland verdient. Und wenn wir über die Weiterentwicklung des Bundesteilhabegesetzes nachdenken, dann wird das auch eine zentrale Frage sein, die wir den Menschen in unserem Land beantworten müssen. Und dazu brauchen wir vor allen Dingen in den Werkstätten und in den Werkstattleitungen starke Beschäftigtenvertretungen, starke und sprachfähige Gremien, die das formulieren und unterstützen. Meine Herren, nochmals Dankeschön für dieses dritte Forum auf dem Werkstattkongress 2017, der sich allmählich dem Ende zuneigt. Es ist Zeit für das Schlusswort. Und das kommt heute von Astrid Freudenstein, Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Bitteschön. Vielen Dank, liebe Damen, sehr geehrte Herren, liebe Gäste. Der Kollege Schummer meinte am Anfang, wir machen jetzt ganz große Ohren und sind ansonsten still, um ganz viel mitzunehmen. Und ich glaube, dass diese Veranstaltung uns auch wirklich einiges gebracht hat für die nächste Legislaturperiode. Inklusion ist in der Tat vielleicht kein Zustand, sondern ein Prozess. Und es war heute viel Richtiges dabei. Ich habe gehört, wir sind auf dem Weg, wir müssen alle an uns arbeiten, wir müssen in den Köpfen was verändern. Und ich glaube, wir werden dann richtig gut, wenn jeder an seiner Stelle etwas besser macht. Wir brauchen natürlich für dieses Thema, das wir heute besprochen haben, die Unternehmen, ganz wesentlich. Wir brauchen die Träger, wir brauchen die Politik und wir brauchen natürlich jeweils den einzelnen Betroffenen. Alle müssen zusammen an einem Strang ziehen. Wir haben die konkreten Vorschläge mitgenommen, glaube ich, jetzt zuletzt zum Beispiel der Hinweis, dass die Mitwirkungsverordnung zu schwammig ist. So kann man es vielleicht ausdrücken, dass man sich da auch eine stärkere Rolle der Vertrauensleute wünschen würde. Ich finde so Best-Practice-Modelle wie ein inklusives Gleichstellungsteam sehr spannend und interessant. Ich habe inzwischen auch geschaut, wie der wunderbare Joghurt aus der Hoffnungsthaler Werkstätten heißt, Lobetaler Bio, um diese Werbung an der Stelle zu vervollständigen. Bei der beruflichen Bildung, wir brauchen mehr Durchlässigkeit und mehr Qualität. Und ich finde dieses Beispiel, das wir gehört hatten, mit Via for All ausgesprochen, wegweisend, weil es zwei ganz zentrale Forderungen verbindet. Nämlich zum einen die Digitalisierung, über die wir sehr, sehr viel sprechen in der Politik und die Inklusion. Und insofern war dieses ein ausgesprochen spannendes Projekt. Im ersten Forum war viel die Rede vom Budget für Arbeit und es wurde auch Kritik laut, dass wir die Unternehmen zu wenig in die Pflicht nehmen. Wir versuchen auch dort anzuknüpfen. Wir hatten jetzt in den vergangenen Jahren das Projekt Wirtschaft inklusiv, wo wir uns ganz konkret bemüht haben, Unternehmen zu motivieren, Menschen mit Behinderungen, mit Handicap zu gewinnen für unser gemeinsames Vorhaben. Das sind immer kleine Schritte, das ist in der Tat richtig, aber ich glaube, wir sind ganz gut unterwegs. Herr Judith, Sie wollten, dass alle CDU-Geschäftsstellen Menschen mit Behinderung beschäftigen. Jetzt bin ich von der CSU und ziehe mich jetzt ganz leicht aus der Affäre. Für die Kollegen kann ich leider nicht sprechen. Für die CSU kann ich Ihnen sagen, wir beschäftigen natürlich schon Menschen mit Behinderung, aber überwiegend sind es bei uns Ehrenamtliche, die unsere Parteien, wir sind auch so ein Sonderling im Erwerbsleben, tragen. Und im neuen Bundesteilhabegesetz, weil es heute gar nicht erwähnt wurde, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, Assistenzleistungen in Anspruch zu nehmen für Ehrenämter. Und das kann man auch in Parteien verwirklichen zum Beispiel. Da würden wir uns in der Tat freuen, weil man natürlich auch die Mitwirkung von Betroffenen braucht, um politisch etwas voranzubringen. Ich möchte mich bedanken bei Frau Welty für die lebhafte Moderation der Veranstaltung, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktion, die diese große Veranstaltung auf die Beine gestellt haben, bei allen, die heute mitdiskutiert haben und bei Ihnen, liebe Gäste, die Sie gekommen sind nach Berlin. Ich wünsche Ihnen entweder noch schöne Tage hier in Berlin bei strahlendem Sonnenschein oder eine gute Heimreise. Kommen Sie gesund wieder daheim an. Ich danke Ihnen.